Ich persönlich setze mir mal aufs Schild, so auf die Fahne. Ich will dafür sorgen, dass man eine geile Zeit hat. Ich mache mir auch immer Gedanken, was will die Community sehen. Wir machen ja jetzt das Minigame da draußen. Mit der Zahl, die du jetzt sagst, müssen die Kommentare geschrieben werden. Jede Reise endet irgendwann, kann man jetzt auch sagen, klar. Hallo YouTube, wir sind mal wieder mit einer neuen Folge von eurem wahrscheinlich mittlerweile liebsten Podcast im Simracing-Bereich, habe ich das Gefühl, weil die Kommentare lassen das zumindest ein, zwei Mal durchsickern. Und heute habe ich ja einen sehr, ja doch schon sehr bekannten Gast aus dem deutschsprachigen Raum, denn der gute Mabix ist heute mal da. Moin. Ja, Dizzy, ich grüße dich recht herzlich. Danke fürs Dabeisein schon mal. Du, ich habe mich sehr gefreut, dass wir das hier zustande bekommen haben und wir heute wahrscheinlich ein sehr schönes Gespräch auf Augenhöhe haben werden, denn beide sind Content Creator und das führt meistens zu fantastischen Gesprächen. Du, das wird super. Also kann ich nur so bestätigen. Ich glaube, da haben wir ein paar, ich würde gerade sagen Stunden, wird es wahrscheinlich nicht, aber schon ein bisschen länger wird es wahrscheinlich heute. Ja, das kann schon passieren. Also ich meine, es könnte eventuell sogar Folgenrekord werden. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Vielleicht bist du ja so ehrgeizig und so gesprächslustig, dass wir den Folgenrekord mit Niklas Huben, oder, nee, war es Nils? Einer von den beiden ist der Folgenrekord. Aber die haben ja auch geschwafelt ohne Ende. Ja, du, das kann ich auch. Das kriege ich hin. Fantastisch. Dann darfst du jetzt nämlich gleich mal losschwafeln, weil es wird Leute geben da draußen, die dich noch nicht kennen. Eventuell magst du mal so in 1, 2, 3, 4, 5 Sätzen erklären, wer du eigentlich bist. Du, ich fange einfach mal an. Auch wenn es manchmal irgendwie so, es ist manchmal ein komplett komisches Gefühl, weil wenn du so in deiner Simracing-Bubble unterwegs bist, da denkst du so, ich habe bestimmt jeder schon mal irgendwo gesehen, aber es kommen so viele neue Leute doch immer dazu. Das ist tatsächlich so. Genau, ich bin der Mabix. Ich bin 34 Jahre tatsächlich schon alt oder jung, je nachdem, wie man es sieht. Und ja, bin Simracing-Content-Creator. Ich sage mal, ich habe meinen Schwerpunkt, was heißt Schwerpunkt? Ich bin im Simracing-E-Sports momentan sehr, sehr aktiv in Assetto Corsa Competizione. Habe damals einen YouTube-Kanal gegründet, der sich eigentlich nur mit dem Thema Assetto Corsa Competizione befasst hat. Und darauf habe ich meinen ganzen Kanal aufgebaut und habe auch mal hier und da so ein paar andere Themen angesprochen im Simracing, ein paar andere Simulationen gezeigt, Tutorials gemacht, das ganze Programm halt. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile seit über drei Jahren hauptberuflich selbstständig mit diesem Content-Creator-Date. Da sein und YouTube mache ich jetzt, seitdem eigentlich Assetto Corsa Competizione draußen ist. Wie gesagt, das ist eigentlich so mein Hauptding, womit ich mich beschäftige oder beschäftigt habe. Was in Zukunft kommt, da können wir auch nochmal gleich drüber quatschen oder wohin die Reise so geht und so. Aber ja, das ist erstmal so grundlegend Simracing-Content-Creator, Schrägstrich, E-Sportler. Das ist so mein Kerngebiet, mein Kerngeschäft. Du bist ja quasi dann auch wie Nils so ein, ja, Tausendsasser könnte man sagen. Ja, Nils würde ich sagen, ist schon nochmal mehr drin, sag ich mal, in dieser ganzen reinen E-Sports-Geschichte. Also Nils hat ja schon sehr früh auch mit E-Sports angefangen und hat ja damals schon in Lift for Speed und so, glaube ich, war der unterwegs. Und ich weiß gar nicht, wie alt ist Nils? Der ist auch nochmal ein paar Jährchen älter als ich, oder? Der ist so alt wie ich. Ja, genau. Ja, und der war tatsächlich nochmal eher unterwegs. Also ich habe 2015, sag ich mal, aktiv angefangen mit Simracing. Da war Nils ja schon ein paar Jährchen zu Gange und ja, war einer der Urväter so im deutschen Simracing, würde ich sagen. Aber Nils ist, wie gesagt, war, glaube ich, mehr in diesem reinen E-Sports-Thema viel mehr drin als ich. Ich sehe mich da eher so als Content-Creator in dem Bereich, der sehr ehrgeizig ist, der mit E-Sports sich auch identifiziert. Ich will mich halt mit den Besten messen, aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich den Leuten da draußen guten Content gebe, produziere. Und ja, das ist, weil E-Sports ist halt sehr, sehr anstrengend, wenn man sich rein auf E-Sports konzentriert. Und ich bin damals nur gefahren, 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 wollte den Leuten ein bisschen was zeigen, ein bisschen was erklären, ein bisschen Entertainment geben und so. Und Nils geht das Ganze, glaube ich, aus E-Sports-Sicht schon viel professioneller an als ich. Und deswegen kann man es, glaube ich, so ein bisschen differenzieren zwischen uns beiden, ja. Ich musste gerade wirklich mal googeln, ob Nils wirklich 38 ist, aber ich finde es leider nicht. Aber ich glaube, Nils war wirklich 38. Sorry, Nils, falls du demnächst wirst, könnte auch sein, dass er vielleicht ein oder zwei Jahre jünger ist. Ja, auf jeden Fall ein paar Jährchen älter, glaube ich, als ich. Das habe ich schon mal mitbekommen, ja. Naja, so viel älter ja auch nicht. Ich meine, guck mal, du bist 34. Ja, stimmt. Wenn man dich so anguckt, könnte man immer meinen, du bist so Mitte, Ende 20. Werde ich aber auch sehr oft geschätzt, ja, tatsächlich. So kann man jetzt fragen, woran liegt das? Keine Ahnung. Ob es am Sport liegt, ob es an der Lebensweise, was auch immer liegt, am Simracing, hell Simracing jung, man weiß es nicht. Doch, Simracing, hell jung. Das würde ich unterschreiben. Ja, das würde ich unterschreiben, doch. Meinst du, die grauen Haare, die bleiben einem verwehrt, wenn man mit Simracing, na. Ey, die sind schon da bei mir, also das kann ich jetzt, und Nils ja auch, der ist ja schon der graue Wolf quasi. Ja. Der wird ja, der wird ja richtig grau, das wird so richtig der Gottfather, glaube ich. Das ist, wenn du dich rein auf E-Sports einlässt. Ja. Dann kommt das dabei raus. Okay. Wie hat das denn bei dir alles angefangen? Also ich meine, du hast ja jetzt gesagt, dass du sehr spät reingekommen bist, im Vergleich zu anderen. Wie bist du denn so in diese ganze Schiene reingerutscht? Weil Simracing ist ja doch schon sehr speziell. Also ich war eigentlich grundsätzlich von Kind auf sehr begeistert, was Racing anging. Ich habe mir halt die ganzen Sachen damals im Fernsehen mit meinem Papa zusammen angeguckt, Formel 1. Und das war halt immer so die Faszination, Racing, Motorsport, Autos generell. Und das, also ich habe 1995 oder so, wo Grand Prix 2 damals rausgekommen ist, das hatte mein Papa sich dann gekauft oder hatten wir uns zusammen zu Weihnachten gekauft. Habe dann immer mitgespielt und so. Und das ist, manche sind ja so eher im Shooter-Bereich hängen geblieben und fanden das immer cool. Fand ich auch cool, muss ich sagen. Aber ich war generell einer, der viel am PC früher war als Kind und viel gespielt habe und so. Aber Racing war immer so das, was ich in erster Linie wollte. So, und da habe ich auch gemerkt, so habe ich irgendwie ein gewisses Talent für und das macht mir Spaß. Und deswegen habe ich dann damals, 2015, wo ich gesagt habe, habe ich angefangen mit Simracing, da habe ich mir mein erstes eigenes Lenkrad gekauft. Also damals mein Papa, der hatte sich dieses Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro oder wie das hieß, gekauft, das erste Force Feedback Wheel. 1999 oder 2000 war das, glaube ich. Da bin ich schon mal in Berührung gekommen mit so einem Lenkrad oder mit so einem Equipment. Und ja, das ist eigentlich immer so hängen geblieben irgendwie. Wo ich dann, sagen wir mal, erwachsener war, wie alt war ich da, 2015, 26, 25, 26 so in dem Dreh. Habe ich dann so Sachen wie 24-Stunden-Rennen das erste Mal irgendwie so richtig geguckt im Fernsehen oder beziehungsweise damals auf YouTube war es, glaube ich. Habe mir so diese ganze Sache rund um die Nordschleife irgendwie angeschaut. Und fand ich auch mega faszinierend, hat mich irgendwie gecatcht. Und dann habe ich mal mit Gran Turismo so ein bisschen ausprobiert, ein bisschen Nordschleife zu fahren. Dann kamen Project Cars raus, dann kam Assetto Corsa, kam ja auch irgendwann in dem Dreh raus, ein, zwei Jahre früher. Und ja, dann ging es für mich erstmal nur um die Nordschleife und nur so diese Nordschleife irgendwie erstmal zu erleben. Und da bin ich dann in Simracing halt dadurch reingerutscht, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt auf ein Lenkrad. Ich kaufe mir noch einen neuen PC dafür, der das alles irgendwie kann und so. Und dann fing es an. Dann ist es irgendwie hängen geblieben, so. Einstiegspunkt war eigentlich so die Nordschleife, die mich fasziniert hat damals, die ich fahren wollte digital, weil ich es halt in echt nicht machen konnte. Und daraus ist das dann alles entstanden. Und dann, ja, nach Project Cars und so, damals nach Assetto Corsa kam Assetto Corsa Competizione 2017. Und ich habe damals immer auf YouTube den abgefahrenen Kanal, den Duki damals habe ich verfolgt. Der hat immer sehr viele Videos gemacht zu diesen ganzen, ja, zu diesen ganzen Simracing-Thematiken. Und da habe ich gesagt, ey, ich mache das auch mal irgendwann. Dann habe ich mich hingesetzt, habe das erste Video aufgenommen, die ersten paar Sachen produziert und habe dann gesagt, mit ACC komm, das machst du jetzt mal eine längere Zeit, gucken, was da rauskommt. Dann kamen die ersten Stimmen, haben gesagt, ja, hier mit Simracing, das ist ja nur so eine kleine Nische, da kannst du nie groß mit werden und so, ne. Aber es war mir alles egal, es hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, und dann kam Corona irgendwann und sowas und dann ging es alles ganz schnell irgendwie. Sondern war man da auf einmal drin, man konnte es irgendwie auf einmal, oder ich weiß nicht, soll ich schon darüber erzählen, wie ich irgendwie hauptberuflich selbstständig damit geworden bin? Tju, ich unterbreche dich nicht. Erzähl, komm. Hau raus. Wir wollen alles hören, all die schmutzigen Details. Ja, na, gucken wir mal, wo wir landen. Ne, auf jeden Fall, ja, wo dann damals Corona kam und so, ich war auch an einem Punkt, wo ich beruflich sehr unzufrieden war in meinem Leben. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen und habe auch ein paar Sachen ausprobiert und es hat nie irgendwas funktioniert. So, du warst immer eigentlich auf die Fresse bekommen und bist immer wieder zurück in einen Job, wo du eigentlich keine Lust drauf hattest. Und dann, wie gesagt, dann kam Corona und ich war mit meinem Kanal an einem Punkt, damals 2020, 2021, sagen wir mal, wo ich so ganz grob 400, 500 Euro im Monat mitverdient habe. Und da habe ich noch nicht gestreamt, da habe ich noch nicht irgendwie streamingtechnisch was gemacht, ich habe keine Coachings angeboten und so. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, ich scheiße jetzt drauf, ich gebe jetzt 100 Prozent für das, weil ich mache das jetzt einfach und ich ziehe das durch. Ist egal, was kommt. Wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn ich dann nicht. So, aber ich stand quasi mit dem Rücken zur Wand und ich wollte es einfach durchziehen. Und dann habe ich angefangen, Coachings zu geben, dann habe ich angefangen zu streamen und ja, es hat von Anfang an irgendwie funktioniert. Man hat sich dann so durchgehangelt und es hat sich alles weiterentwickelt. Weiterentwickelt. Jetzt bin ich in einem sehr, sehr geilen E-Sports-Team mit Team Nitro zusammen, wo wir viele Möglichkeiten haben und was einfach einen Riesenspaß macht mit den Jungs. So hat sich das alles ganz grob gesagt erst mal entwickelt bei mir. So ganz grob. Ganz grob, so meine ganz grobe Lebensgeschichte. Ganz grob. Was hast du denn beruflich gemacht, wenn ich fragen darf? Ich war Fachkraft für Lagerlogistik tatsächlich. 2007 bis 2010 habe ich eine Ausbildung gemacht zur Fachkraft für Lagerlogistik quasi hier in einem Unternehmen direkt vor meiner Haustür. War eigentlich, ja, so 100 Meter Luftlinie, konnte ich hinlaufen. Ausbildung gemacht, nach der Ausbildung ein, zwei Jahre gearbeitet in meinem Job quasi. Dann angefangen zu studieren. Logistik Management hieß der Studiengang. Habe ich auch zwei Jahre gemacht, aber letzten Endes habe ich das alles gemacht, weil mir Leute eigentlich immer von außen erzählt haben, ja, mach das und das, geh studieren, mach die Ausbildung zu Ende, mach dies, mach das, mach jenes. Aber eigentlich so gegen meinen inneren Willen irgendwo. Also ich habe immer gesagt, ich will irgendwann was machen, was mir, ja, wofür ich brenne, wofür du investierst und wo du auch irgendwann natürlich mal was ernten kannst. Und das Gefühl habe ich nie da gehabt in diesem Job. Und deswegen war ich dort sehr unzufrieden. Ich habe zehn Jahre diesen Job quasi ausgeübt mit Ausbildung zusammen, also von 2007, Start der Ausbildung bis 2017. Ja, und dann danach habe ich noch ein, zwei Jobs gemacht, so ein bisschen übergangsmäßig ausprobiert, wie gesagt, selbstständig nebenbei, ein bisschen was rumprobiert. Aber am Ende des Tages kam YouTube und es kam halt so aus dem, mehr oder weniger aus dem Nichts, das war immer so ein Nebending. Ja, und da bin ich dann einfach irgendwie rein vom, sagen wir mal, vom Universum reingeschubst worden, sagen wir es so. Und ja, ich habe es angenommen und durchgezogen und jetzt bin ich da, wo ich jetzt gerade bin. Das ist ja schon fast eine Cinderella-Story. Ja, also irgendwie ist es schon, wie gesagt, ich habe, da ich damit so unzufrieden war, habe ich sehr viel nachgedacht über mein Leben und ja, wo die Reise für mich hingeht irgendwie. Und dann siehst du natürlich hier und da auf Social Media und hier und da, du hast ja auch die wildesten Dinge, siehst du da, wie erfolgreich Leute sind in deinem Alter oder die noch viel jünger sind als du. Und die Dinge tun, die ihnen Spaß machen und all sowas. Und das macht dich dann auch unterbewusst manchmal noch unzufriedener, weil du die ganze Zeit nicht weiterkommst, nicht vorwärtskommst. Ja, und ich war dann damals auch schon, wie gesagt, Mitte 20 so in einem Dreh und kam irgendwie nie so richtig vorwärts. Und ich glaube, dass ich jeden Tag darüber nachgedacht habe und irgendwie unterbewusst, ich wollte unbedingt irgendwie was anderes. Dann wurde es mir irgendwann mehr oder weniger vor die Füße gelegt, so. Dann kam, wie gesagt, Corona und dann war ich an dem Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Was machst du jetzt? Damals irgendwie einen Job zu finden, es war alles irgendwie schwierig in der Situation. Und wie gesagt, ich habe dann eine Entscheidung getroffen und es durchgezogen, so mehr oder weniger. Wie waren denn so die Eltern drauf mit der Entscheidung? Meine Eltern, die waren so an dem Punkt, ja Marco, du hast ja schon die 20. Sache ausprobiert in deinem Leben. Wann willst du denn jetzt endlich mal was Richtiges machen? So, und wenn du denen dann erzählst, du machst YouTube, du machst da jetzt, du spielst da Videospiele, fährst da ein bisschen Auto im Kreis und willst damit Geld verdienen. Ist schwierig, ja, ist schwierig. Meine Eltern sind auch immer so ein bisschen klassisch unterwegs. Also die sind jetzt auch Ende 50, Anfang 60 und für die ist das natürlich dann erstmal, ja, wie willst du damit Geld verdienen? Ist das was, was Substanz hat? Für die natürlich in erster Linie erstmal nicht. Wie gesagt, sind eher so klassisch angehaucht und sagen, geh studieren, mach es so und so. Was auch vollkommen fein ist und so, ist ja auch immer so dieser Sicherheitsgedanke dabei, ne. Ja, und vor allem mit dem Hintergrund, ich habe schon viele Dinge in meinem Leben ausprobiert, wollte damals auch noch mal Personal Trainer werden und im Gesundheitsbereich irgendwas machen. Und ich wollte sehr viel, aber ich wollte sehr viel, aber es hat mich nie irgendwie was da gehalten, so. Ich war sehr hin und her gezogen, so, ne. Und deswegen waren die da schon so ein bisschen vorbelastet, was das angeht. Aber, ja, ich habe gesagt, ich ziehe es durch. Also, wie gesagt, das war für mich einfach so ein, ey, entweder jetzt oder nie. Also, wenn du das jetzt nicht durchziehst, dann, ja, was soll dann noch passieren, so nach dem Motto? Und ich habe es gemacht. Und jetzt im Nachhinein sehen es meine Eltern und sind auch unfassbar stolz und glücklich mit dem, was ich tue. Mit allem, was daraus jetzt bis jetzt entstanden ist. Also, ich sehe es jetzt mittlerweile auch mit anderen Augen. Aber, klar, kann man ihnen nicht verübeln, dass man am Anfang da erst mal skeptisch ist, ne? Ja, also, ich denke nicht, dass man Eltern das... Ich glaube, Eltern überdenken immer generell, was die Kinder für Entscheidungen treffen. Zweimal. Gerade in der heutigen Zeit. Da ist ja auch nicht immer alles... Es wird ja auch sehr viel geredet in der heutigen Zeit. Und manches ist mehr Schein als Sein, sagen wir es so. Das kommt mir da unter immer vor, ja. Ja. Aber bei dir ist jetzt der Punkt gekommen, wo du sagst, so, alles ist komfortabel und du musst dir jetzt nicht mehr Sorgen machen. Also, du bist jetzt sozusagen abgesichert. Naja, abgesichert ist das falsche Wort. Also, abgesichert im Sinne von, du kannst deine Miete bezahlen etc. pp. Ja, meinen Lebensunterhalt kann ich dadurch auf jeden Fall finanzieren, bestreiten. Ja. Wie gesagt, man muss das Ganze halt als Geschäft sehen am Ende des Tages, als hauptberuflich selbstständiger Content Creator. Und genau, ich habe mir dann verschiedene Wege überlegt, wie ich mein Leben quasi finanzieren kann. Klar, in erster Linie war es damals am Anfang YouTube. Dann habe ich meine Coachings dazu genommen damals. Das ist auch ein Thema gewesen oder beziehungsweise für die Leute jetzt hier zur Info. Ich würde sehr gerne noch Coachings geben, aber es ist einfach ein zeitliches Thema, wo ich dann immer gesagt habe, ich muss das leider beiseite schieben, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Gerade jetzt auch durch meine anderen Projekte noch. Aber ich habe mir halt immer überlegt, okay, du musst das Ganze sinnvoll angehen. Du kannst dich nicht nur auf eine Sache jetzt verlassen, weil aus welchen Gründen auch immer, wenn YouTube auf einmal nicht mehr das gibt oder du nicht mehr die Klicks bekommst und so, du musst dich halt breit aufstellen. Dann habe ich noch angefangen zu streamen, ich habe Videos gemacht, ich habe Coachings angeboten. Jetzt habe ich noch vor einem Jahr circa meine eigene Simracing-Marke mit Polesetter gegründet und will die auch jetzt gerade aufbauen. Das ist auch ein langfristiges Projekt und es dauert auch und da will ich auf jeden Fall auch noch einiges mit erreichen. Aber du musst dich halt breit aufstellen. Dann hast du auch ein besseres Gefühl, abgesichert zu sein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das kann ich auch allen so als Tipp geben quasi. Niemals auf eine Sache nur verlassen, weil es kann immer von heute auf morgen irgendwie was passieren, das irgendwie zu Ende ist oder so. Und dann steht man da mit leeren Händen, das so ganz grob dazu. Ja, du, mal zwischendurch im Leben nochmal neu starten, das ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, das gehört zum Leben dazu. Wollte ich gerade sagen. Das ist tatsächlich so. Man lernt ja auch immer sehr viel. Wollte ich gerade sagen, man lernt ja auch viel dazu. Das gehört dazu und das ist auch wichtig so, sag ich mal, auch die Zeit, die ich damals erlebt habe, wo ich sehr unzufrieden war. Wenn man Dinge im Leben macht, die einen nicht erfüllen oder beziehungsweise die man halt macht, weil es vielleicht andere von dir verlangen oder wollen, dann ist das auch immer so eine Sache, die vielleicht Leute ein Leben lang tun und das vielleicht gar nicht merken. Aber das kann ich auch immer sagen, man muss sich immer selbst reflektieren. Wo willst du hin? Was hast du erlebt? Ja, und dann immer weiter wachsen und weiter Gas geben. Gedeihen. Gedeihen. Ja, wo du von weiter wachsen gesprochen hast gerade. Wann hat dich der Pfeil im Kopf getroffen? Ich mache jetzt mal E-Sports. Nebenbei noch. Ja, ich sag mal, ich war vom Kopf her, wie gesagt, immer sehr, sehr ehrgeizig. Und selbst, wo ich damals einfach Open Lobbys gefahren bin in den ACC oder wurde mal so ein Competition-Rennen da gefahren. Also damals gab es ja noch diese Competition-Rennen in den ACC. Diese CP-Rennen. Ich weiß, kennt die überhaupt noch jemand heutzutage? Wahrscheinlich nicht. Durch LFM ist das ja auch alles so. Also es gibt ja nur noch LFM eigentlich mit ACC in Kombination. Und damals gab es aber kein LFM. Kann man sich auch kaum noch vorstellen. Dann gab es halt diese CP, diese Competition-Rennen. Und das war so, oh mein Gott, jetzt fährst du hier in der Champions League. Jetzt fährst du in Split 1 im Competition-Rennen. Und da sind die Krassesten unterwegs. So ein Gefühl hattest du damals. Und ich bin einfach immer gefahren, gefahren, gefahren und wollte einfach immer besser werden. Man hat sich dann immer damals auch schon mit diesen Fahrern gemessen und immer versucht, irgendwie was dazuzulernen und immer besser zu werden. Und das habe ich dann, immer wenn ich selber was dazugelernt habe und gemerkt habe, was wichtig ist, da habe ich auch das versucht, immer direkt in meinen Videos zu verpacken und den Leuten das weiterzugeben. Aber da bin ich eigentlich so mehr oder weniger so ein bisschen reingewachsen, würde ich sagen. Da ich selber, sagen wir mal, bin wahrscheinlich jetzt nicht mega untalentiert, was das angeht. Aber ich bin jetzt auf keinen Fall auch so ein krasses Talent, dem alles super leicht fällt und ich muss nicht trainieren und sowas. Aber ich glaube, Racing, wie gesagt, als Kind fand ich das schon cool und hatte da irgendwie ein Händchen für. Es hat mir Spaß gemacht. Dann bin ich dadurch so reingewachsen. Und ja, am Ende des Tages haben sich die Dinge dann so ergeben durch die E-Sports-Teams. Heutzutage ist es ja normal, in einem E-Sports-Team zu sein für die meisten Fahrer. Weil dann kannst du, erstmal kannst du sonst keine Endo-Rennen irgendwie fahren. Und das basiert ja auch viel auf dem ganzen, mit diesen ganzen Teams und so. Sonst kannst du nicht an der Liga teilnehmen oder sowas. Und das kam dann damals mit Carcrema Racing. Das war unser erstes richtiges E-Sports, oder was heißt das richtiges? Das war ein E-Sports-Team, was gegründet worden ist auf dem echten Carcrema Racing Team. Und das haben wir so ein bisschen mit aufgebaut. Aber das war jetzt noch nicht so, das haben wir immer noch so als Projekt gesehen, als Hobby gesehen irgendwie. Aber das war jetzt noch nicht super professionell. Aber jetzt mit Team Nitro, da hängt halt schon mehr dran, da hängen Unternehmen dran. Ich meine, hier kann man es ja auch sehen, Case King und Nitro Concepts und alles, was da dran hängt. Die eigenen Marken und Unternehmen. Dann ist das natürlich jetzt schon nochmal was anderes. Aber wie gesagt, das hat sich alles nach und nach entwickelt. Also ich habe versucht immer, ich für mich habe immer versucht, das Beste aus mir rauszuholen. Und manchmal ein bisschen zu viel auch. Dann war man vielleicht ein bisschen zu verbissen. Und dann funktioniert es auch manchmal nicht so gut. Aber ich habe versucht immer, ja, immer selber weiterzukommen irgendwie. Das nächste Level zu erreichen. Okay, da ist ein McCormack, der fährt die und die Zeit. Oder der und ein anderer Fahrer, der fährt das und das. Und kannst du das auch? Und ich habe mich da nie limitiert. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Man sollte sich nie limitieren. Dass man, na klar, manche haben mehr Talent, manche haben ein bisschen weniger Talent. Aber einfach an die Sache rangehen und Vollgas geben und immer dazulernen und sich nicht limitieren. Und so bin ich jetzt an den Punkt gekommen, wo ich jetzt gerade bin. Ich hatte Noah auch die Frage gestellt, auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du dich einordnen, was dein Talent eingeht? Boah, sehr schwierig. Noah konnte sich nicht festlegen übrigens. Wie bitte? Noah konnte sich nicht festlegen. Nicht festlegen? Nee. Ja, festlegen ist dann auch immer so, das ist sehr, sehr schwierig. Man sagt ja immer, es gibt ja diesen schönen Spruch, harte Arbeit schlägt Talent. Also ich bin dann auch eher, ja, also bei mir geht es nicht ohne harte Arbeit. Also ich kenne, oder was heißt ich kenne Fahrer, aber ich habe gehört, dass es bei manchen so ist, die trainieren für ein krasses E-Sports-Rennen drei, vier, fünf Stunden vor, sagen wir mal zwei Tage vor und können eine krasse Pace, wo ich nicht rankomme mit 20-Stunden-Training, können die abrufen. Und das sind für mich halt Talente dann in dem Sinne. Oder die springen in ein Auto rein und sind direkt schnell auf einer sehr guten Pace. Ich brauche erstmal so ein bisschen Anlaufzeit immer und muss mich gewöhnen. Das ist selbst so, wenn ich von McLaren im BMW springe, ich muss erstmal eine halbe Stunde klarkommen, das Ding, das lenkt anders, das rotiert anders. Manche können das direkt mit ihrem Kopf umschalten und können sagen, okay, jetzt BMW, bam, ich bin da vom Gefühl her. Meine Hände, meine Füße machen alles das, was der BMW verlangt. Und so ist es bei mir nicht. Ich bin da eher so ein bisschen, ja, ich brauche ein bisschen Eingewöhnungszeit. Deswegen würde ich sagen, boah, Talent von eins bis zehn, da würde ich mich vielleicht so auf einer Acht, auf einer Acht würde ich mich sehen, glaube ich. Okay. Weil es gibt Leute, die sind die Top-Talents da draußen, so wie, ich weiß nicht, den Namen zu nennen, das wäre jetzt, ich weiß auch nicht, wie viele die trainieren oder sowas. Aber es gibt, sagen wir mal so Max Verstappen zum Beispiel, das ist so das Wunderkind, das ist dann ein Zehn von Zehn so mäßig. Keine Ahnung, eine Sieben bis Acht irgendwie in dem Dreh, würde ich sagen. Weil du brauchst, glaube ich, Talent, um dieses Verständnis, dieses Gefühl, um eine gewisse Pace zu fahren, auch auf dem Niveau, wo wir gerade fahren. Deswegen würde ich nicht sagen, wenn du da sagst, ey, ich habe vom Talent her eine Fünf. Ne, das ist immer die Frage, wie siehst du es jetzt genau, aber ich glaube, wir haben alle ein gewisses Talent, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, dieses Grundtalent so, dieses Verständnis und wenn du das nicht hast, dann kannst du so viel trainieren, wie du willst, dann bist du einfach immer, sagen wir mal, die Sekunde, die zwei Sekunden, was auch immer, weg von gewissen Zeiten. So würde ich das jetzt sehen. Okay. Ja. Mit deinem fortgeschrittenen Alter, was du ja jetzt hast, für den E-Sports-Bereich, ich sage extra für den E-Sports-Bereich. Wie hart ist es für dich jetzt, da noch so mitzufahren? Für meinen Kopf sehr hart manchmal, ja, muss man sagen. Auch für meinen Körper. Also generell, ich bin der Typ, der versucht immer so eine Balance irgendwie zu behalten. Ich bin nicht derjenige, der sich dann, habe ich auch gemacht in der Vergangenheit, aber der sich sehr einfach stumpf hinsetzt und jeden Tag acht Stunden fährt. Das Ding ist, ich als Content-Creator, oder du kennst das ja auch, man muss das immer sehr langfristig sehen, das Ganze. Also du willst das nicht ein Jahr machen, du willst das nicht zwei Jahre machen, du willst da mit was aufbauen in deinem Leben. Und das geht halt schwierig, wenn du sehr viel Energie in eine Sache nur steckst, die dir noch nicht mal primär, sag ich mal, sagen wir mal jetzt das zehnfach an Geld oder irgendwas beschert. Das ist jetzt halt die Sache. Wenn ich zum Beispiel jetzt viel Energie in meinen Online-Shop rein investiere und in Content, dann habe ich als Content-Creator oder als Selbstständiger da viel, viel mehr davon, als am Ende des Tages zehn Stunden jeden Tag zu fahren, so, weil das sieht keiner, damit mache ich dann im Endeffekt kein Content, das ist nur reines Fahren, dafür, dass ich am Ende des Tages zwei Zähne schneller bin, als wenn ich die Zeit nicht investieren würde. Ich versuche da immer den Mittelweg zu finden, so nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Spruch, der da sehr gut passt, weil ich versuche auf einem guten Niveau unterwegs zu sein. Ich versuche zum Beispiel immer mit meinen Teamkollegen irgendwie, das ist so ein Ansporn, wenn Noah die und die Pace fährt, das will ich auch. Und das ist immer so mein Ansporn und es funktioniert mal besser, mal weniger gut, manchmal ist es einfach zu wenig für gewisse Rennen, die du dich vielleicht vorbereitet hast, manchmal passt es, so, das kommt immer drauf an, aber E-Sports generell ist schon sehr, sehr anstrengend, würde ich sagen, weil, also gerade die, die es hauptberuflich nur das machen und nur an der Leistung gemessen werden, ja, es ist anstrengend, das den ganzen Tag zu machen, weil Simracing ist nicht einfach, sagen wir mal, am Schreibtisch zu sitzen, sondern es ist auch körperliche Arbeit, es ist mentale Arbeit und das schlaucht schon, zumindest jetzt in meinem Alter mittlerweile. Schön, dass du das sagst. In unserem Alter. In unserem, nee, ich bin schon ein bisschen weiter vor, Mavix. Ja, stimmt. Ich geh schon stramm auf die 40, du. Ja, stimmt. Wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Würdest du von dir selber sagen, dass du so im Zenit deiner E-Sports-Karriere bist? Oder bist du schon auf dem absteigenden Ast? Nö, auf dem absteigenden Ast würde ich nicht sagen. Das ist halt die Frage, wie ich selber, was will ich in Zukunft halt, ne? Ja. Haben wir auch vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet, so für mich als Content-Creator, ich will den Leuten da draußen natürlich einen geilen Content bieten und der mir selbst Spaß macht, der auch vielleicht mal noch ein bisschen abwechslungsreicher ist, was die Simulation angeht, was gewisse Themen angeht. Das alles unter einen Hut zu kriegen, ist halt schwierig, wenn du sagst, du fährst jeden Tag mehrere Stunden, willst da noch guten Content produzieren, wo du selber Spaß dran hast. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in einer gewissen Vorbereitung sind für irgendwelche Sachen und ich will den Leuten gerade mal zeigen, was in iRacing richtig abgeht. Oder in Automobilista 2 oder in Le Mans Ultimate oder sonst wo. Es ist sehr, sehr schwierig und ich denke, also mein Wunsch ist es, dass ich immer noch alles irgendwie unter einen Hut kriege, aber dass ich E-Sports-technisch manchmal einen Schritt zurück mache, versuche trotzdem natürlich noch sehr gut unterwegs zu sein, competitive unterwegs zu sein, aber so wie ich gerade gesagt habe, so diese letzten 1, 2 Zehntel, ey, wenn du sie nicht findest, ist keine Schande. Du kannst aber immer noch sehr gut mitfahren in der Pro-Series, sagen wir mal so um den zehnten Platz oder sowas. Oder vielleicht mal ein Rennen besser bestreiten und das andere mal wieder ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, für die Leute da draußen ist wichtig, eine gewisse Kompetitivität ist wichtig für die Leute, glaube ich, in meinem Fall jetzt. Also sie haben sich daran gewöhnt, dass man, glaube ich, auf einem gewissen Niveau mitfährt. Aber ich glaube, die Leute, die würden es auch insgesamt sehr gut finden, wenn ich, sagen wir mal, auch wieder mehr Energie in guten Content investiere. Also ich sage jetzt nicht, dass der Content jetzt gerade schlechter ist, aber einfach mehr Vielfalt. Ja, insgesamt einfach noch mehr Content, als ich es jetzt gerade mache. Weil jetzt gerade ist es sehr viel abhängig von den Streams. Wir fahren in der Pro-Series, wir fahren mittwochs in der Genesis-Liga, wir fahren dann mal dies, mal das. Und zwischendurch kommt ab und zu mal ein Video zu, ja, zu ACC meistens, größtenteils. Und ich als Simracing-Content-Creator kann ja viel, viel mehr bieten als das. Und da will ich so ein bisschen hin in die Richtung, aber E-Sport soll immer ein Thema bleiben. Also ich sage, es soll nie ganz verschwinden. Dafür bin ich zu ehrgeizig als Mensch. Und das gehört auch einfach dazu, zu meinem Kanal, zu mir. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du wirklich News zu spielen machen möchtest oder zumindest den mal den Leuten das zeigen möchtest, dass das ganz schön viel geworden ist mittlerweile? Ja, das ist tatsächlich so. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war mal eine gewisse Flaute. Da warst du eigentlich, ja, weiß ich nicht, da gab es irgendwie nicht so viel, was da irgendwie gerade kam und dann kam mal hier und da ein bisschen was. Aber mittlerweile ist es so, Simracing ist halt insgesamt einfach schon größer geworden. In den letzten zehn Jahren, speziell jetzt auch in den letzten fünf Jahren, es wird, also der Mainstream, sag ich mal, sagt man immer so schön, der wird immer aufmerksamer drauf, beziehungsweise Simracing ist so ein bisschen im Mainstream angekommen. Man sieht mittlerweile, wie viele Leute mit einem Lenkrad unterwegs sind und dieses ganze Equipment, wie viele Marken da aus dem Boden gestampft worden sind und so. Tatsächlich, ja, es ist schon, also ich beschäftige mich gar nicht so viel mit diesen ganzen News. Ich sehe das ab und zu mal, wenn, ja, wenn Lemo Ultimate, wenn da jetzt bald was kommt und so, da werde ich dann auch von meinem Team oder von anderen Leuten teilweise dann auch angesprochen, er hast schon gesehen, das und das kommt und dies und das. Aber ja, es ist schon mehr geworden, definitiv, ja. Ja, wenn du so eine Woche hast wie diese jetzt hier, dann überschlägst du dich, so viel Videos kannst du gar nicht machen, so viel testen kannst du gar nicht. Ja, Automobilista, dann jetzt noch Lemo Ultimate, dann jetzt noch iRacing, das kam diese Woche alles, ja, das stimmt. Hast du noch selber etwas, was du unbedingt mal gewinnen möchtest? Was ich gewinnen möchte? Ja, was du, wo du sagst, du hast ja schon eine Menge gewonnen, das muss man ja jetzt mal einfach sagen, ne, also deine, sag ich mal, deine virtuelle Pokalwand, die ist ja schon doch ein bisschen größer. Hast du noch was auf dem Zettel? Das ist auch wieder, das ist ein schwieriges Thema, weil klar, du willst als, wenn du, solange du im E-Sports unterwegs bist, willst du natürlich Dinge gewinnen, aber dann kommen wir auch wieder zu dem Thema, wenn du dich jetzt mit den Top-Teams messen willst oder wenn du, sagen wir mal, du willst die SRO gewinnen oder auch die VEM oder sowas, also diese ganzen ultrakompetitiven Ligen, dann kommst du halt nicht drumherum, sehr, 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 sehr viel Energie und Zeit da rein zu investieren. Ich bin von diesem Gedanken so, ich muss unbedingt etwas gewinnen, also ich nehme sehr gerne, wie zum Beispiel den letzten Pro-Series-Sieg auf Donington, das ist dann so ein Highlight, was du nicht erwartet hast. Ich hab's mir nicht auf die Fahne geschrieben, ich muss das jetzt gewinnen, ne, aber ich bin dann eher so, so ey, du bereitest dich gut vor und du guckst, was bei rauskommt, weißt du, und dann dieser Überraschungseffekt manchmal, ey, boah, es läuft so gut und alle feiern das und der Stream eskaliert und, ne, wie zum Beispiel auch unser perfektes Beispiel, unser 24-Stunden-Rennen, das wir zusammen gemeinsam in Stuttgart gefahren sind. Es ist komplett eskaliert und das sind für mich diese Highlights. Es war für die Community ein geiles Erlebnis, für uns als Team, für mich als Stream, als Content-Creator, das sind für mich die, die Siege, diese, diese Wins, die, die ich für mich dann, äh, feier, verbuche. Das ist mir wichtiger als wahrscheinlich jeder SAO-Sieg so. Klar, für deine, für deine E-Sports-Historie kannst du sagen, du hast mein SAO-Rennen gewonnen oder so, ne, aber wie gesagt, was da alles dranhängt, sag ich persönlich, äh, hab ich da jetzt keine persönlichen Ziele oder sowas, dass ich jetzt unbedingt nochmal irgendwas gewinnen muss. Und wenn's so ist, dann werd ich das sagen, dann werd ich sagen, ey, ich will nochmal angreifen, wie zum Beispiel, ähm, letzte Season ein Nils, äh, in der Pro-Series, der hat auch gesagt, ey, ich fahr jetzt mal die Pro-Series-Season, ich geb da mal Gas und, ähm, er bereitet sich auch ein bisschen vor auf die Rennen und so und nimmt das, äh, ein bisschen ernster, das ganze Thema und man hat auch gesehen, wie es, äh, funktioniert hat, war gut, hat er gewonnen, das Ding. Könnte man sagen. Genau, und deswegen, ja, sag ich auch, ich hab jetzt da nichts auf der Fahne, wo ich sag, äh, das brauch ich unbedingt, ja. Hast du noch so irgendwie mal im Kopf so ein Projekt, was du machen willst? Keine Ahnung, dass du sagst, so, oh, LMDH irgendwann nochmal ein 24er knacken, da hätt ich auch mal Bock drauf oder irgendwie sowas in die Richtung? Absolut, absolut, also das ist ja wieder das Thema, andere Simulationen mal zulassen, zulassen können, sich mit beschäftigen, auf jeden Fall, also Lemo Ultimate, wenn da irgendwas kommt, wenn das mal noch ein bisschen ausgereifter alles ist, bin ich direkt am Start, das, ähm, da, da hab ich absolut Bock drauf, sowas zu machen oder auch mein iRacing, mal wieder, ähm, das ist wieder das Thema, dann fängst du da mehr oder weniger nicht bei Null an, aber du musst sehr, sehr viel lernen, da kannst du natürlich dann wahrscheinlich erstmal, äh, ja, nicht on the top fahren oder, ne, gegen die besten Teams und sowas, aber das, ähm, ich seh das dann immer so, ja, das sind für mich dann so kleine Projekte, also, ey, ich setz mich jetzt mal hin, ich mach mal wieder einen Monat oder ein halbes Jahr oder was auch immer, iRacing oder das und das und lerne dazu, so, das ist für mich auch immer ein sehr schönes Gefühl, du kannst wieder Dinge neu lernen, weil in ACC bist du dann auch irgendwann sehr viel festgefahren und, ähm, es ist sehr viel Detailarbeit, ne, dann kommt mal irgendwie ein Patch, da musst du mal da und da wieder andere Setups bauen und sehr viel ausprobieren und so, aber vom Grundkern her kennen wir in ACC eigentlich 99 Prozent, so, und in anderen Rennensimulationen ist das so ein geiles Gefühl, wenn du, ja, wenn du merkst, ey, da kannst du auch so geiles Racing erleben, es sind andere Leute dort unterwegs, es ist, ähm, andere Strecken, andere Autos, es ist, es ist geil, ne, also diese Projekte mal so mitzunehmen und das steht auf jeden Fall auch bei mir als Content Creator weit oben, dass wir da in Zukunft mal was machen, ja. Oh, dann können wir ja schon mal uns darauf freuen. Das können wir machen, du, da haben wir Bock drauf, ja. Jetzt kommt eine sehr unangenehme Frage, ich bin sehr gespannt, was deine, was deine Antwort darauf ist, aber was war denn dein, dein beschissenster Moment in deiner ganzen Karriere? Also so richtig scheiße, wo du sagst, so, boah, das werde ich nicht vergessen. Beschissenster Moment, boah, das ist sehr schwierig, jetzt so, ähm, auf, auf irgendwie, äh, ein Rennen bezogen, oder? Ne, so, einfach allgemein reingefragt, was war so, wo du dir da fast instant in deinem Kopf auch taucht, wo du sagst, boah, ne. Ich muss sagen, was die reine, ähm, Karriere jetzt auf YouTube oder so angeht, also als Content Creator, du, da gibt es, ähm, ehrlich gesagt, hab ich da noch gar nicht so auf die Fresse bekommen. Da ist nicht irgendwas vorgefallen, wo ich sag, ey, das hat mich jetzt komplett aus der Bahn gehauen oder so. Hast du ja auch vorhin gesagt, so, wo wir uns da halten hatten. Das ist manchmal ganz gut, wenn's so ist, ja, wenn man dann weiterkommt dadurch oder aus Fehlern lernt und so, aber tatsächlich aus der Sicht, ähm, so gar nicht, weil, ich sag mal, der Kanal ist so gut gewachsen jetzt die letzten Jahre und es hat sich alles so gut entwickelt, mhm, das sind aber Kleinigkeiten, wenn du hier und da mal, äh, eine Phase hast, keine Ahnung, dann, äh, hast du mal eine Flaute, was irgendwie deine Kreativität angeht und wirst unzufrieden und sowas, ne, aber, äh, da kommst du dann auch wieder raus, wenn du mal drei Tage ein bisschen spazieren gehst im Wald und ein bisschen pumst oder mal kurz irgendwie einen Trip machst, kommst du wieder zurück und dann hast du auf einmal, dann sprudelst du wieder vor Energie, so, aber was natürlich immer sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn du ein Rennen hast, wie beispielsweise, ähm, unser VEM-Rennen auf Bathurst, du bereitest dich viel vor und du verhaust das Ding, setzt das Ding in die Wand und dein Rennen ist vorbei und es ging noch um irgendwelche wichtigen Positionen und du bist der Schuldige, ähm, in dem Moment. Das tut weh, ja, ähm, das, das nagt schon an einem. Wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig und das ist schon schmerzhaft, aber das ist halt nicht was, was dich dann wochenlang belastet, also sollte es zumindest nicht. Da hast du mal ein, zwei Tage dann schlechte Laune, ja, aber sonst gibt's da tatsächlich nicht irgendwas, was mich jetzt komplett mal so richtig beschissen getroffen hat, ja. Auf das hab ich auch angespielt. Schön, dass du das so über ganz große Umwege mal so genannt hast, weil der Moment tat mir auch sehr weh, als ich ihn gesehen hab, wie du oben kurz vor Skyline so, wupp, da lag die Banane auf dem Körb. Das, ja, ja, in dem Moment. Es ist halt die, oder eine der brutalsten Strecken und, ähm, dann passiert's da halt, ich glaub, das ist jedem schon mal passiert, irgendwo an der Stelle oder auf der Strecke. Das gehört einfach dazu. Das ist so, wie für jeden Sportler, E-Sportler, was auch immer, jeder hat mal so ein, weiß er, im Fußballverhauste den entscheidenden Elfmeter oder was auch immer, das ist, das gehört zum Leben dazu. Es kann nicht immer alles, äh, es kann nicht immer alles gut laufen und das muss man sich immer vor Augen halten. Ich glaub, das ist so das Wichtigste, ne, das ist menschlich, ja. Absolut, und, äh, daran wächst man ja auch als, als Charakter, ne, das sind ja die wichtigen Dinge. Aber wenn wir jetzt so von den, von den schlechten Sachen mal wegkommen, wo ist denn so, wo, wo so richtig der Dopamin, das Dopamin reingekickt hat, wo du sagst, so, oh, das war wirklich, das war der Moment, das war, uh. Ja, also ich sag mal so, das war natürlich schon irgendwie das, äh, 24er auch in Stuttgart, was wir da zusammen gefahren sind, also es war jetzt, es war schon, äh, ein verschwitztes Rennen und so und es ist sehr gut, sehr viel für uns gelaufen auf einmal, das war so, ähm, wir wussten eigentlich, wir sind nicht siegfähig, so, ne, und, äh, diese ganze Story darum, wir sind jetzt da alle zusammen in einem Rig und, äh, fremdes Equipment und sitzt da in einem Studio quasi drin, um dich herum Scheinwerfer und so, es war, eigentlich haben wir das so mehr oder weniger als Just-for-Fun-Event genommen und das hat sich immer weiter dahin entwickelt, dass wir auf einmal, äh, ja, wir waren, so, ey, wenn wir Top 10 kommen, ist okay, dann sind wir in den Top 10, boah, ey, wir sind an den Top 5 dran, so, das ist krass, stell mal vor, wir kommen in die Top 5, dann fallen auf einmal vorne dann noch zwei, drei Fahrzeuge raus, ey, wir sind auf dem Podium, was ist denn das? Und dann bist du auf einmal in der Lage, das Ding zu gewinnen und ich, äh, sollte dann zum Schluss den Doppelstint fahren und, äh, hat halt hinter mir einen Ferrari, glaub ich war's, der unfassbar gedrückt hat und, ähm, ja, dann, dann warst du so in der Lage, das Ding zu gewinnen und ich wusste eigentlich, ich bin ein bisschen langsamer als der und dann hat der noch einen Fehler gemacht und dann, keine Ahnung, es, es war komplett verrückt, die Leute im Chat sind alle eskaliert um mich herum, die ganzen, also, meine ganzen Teammates und so, es war so eine geile Atmosphäre, ja, und dann, ich weiß nicht, ob es davon noch einen Clip gibt oder so, wo dann alle ausgerastet sind, äh, wir haben das Ding gewonnen, äh, es ging ja um Preisgeld ein bisschen, ja, das war aber für uns dann in dem Fall irgendwie erstmal nebensächlich, es war einfach ein geiles Erlebnis so, also, das ist vom Erlebnis her, das ist eigentlich das geilste, es war der geilste Stream, den ich jemals in meinem Leben hatte, es war einer der geilsten Rennen von der Story irgendwie, die wir zusammen hatten, dann waren wir noch alle vor Ort, so als Team und das war perfekt, ja. Das ist schön. Da ist, da ist die Pumpe gegangen, ja, das war, das war wild, ja. Man sieht das auch in deinem Gesicht, dass das immer noch, äh, sehr schön abgespeichert ist auf der Festplatte. Ja, das Ding ist, wir hatten so viele Rennen schon erlebt, ne, und, aber das ist halt so, von der Gesamtsituation sowas krasses gewesen, so, es gibt so viele geile Rennen da draußen, die wir mal, äh, keine Ahnung, auf P1 gestartet, abgeflogen, eingeschlagen, ähm, keine Ahnung, letzter gewesen, wieder nach vorne gekämpft und nur noch gewonnen irgendwie, so, es gab die wildesten Rennen, so, deswegen ist es sehr schwer zu sagen, das war das geilste, so, aber vom Erlebnis her war das auf jeden Fall das geilste, ja. Aber du beziehst das immer so auf, auf Rennen, so, es können auch, können ja auch theoretisch andere Sachen sein, wo du sagst, so, hu. Ja, gut, wenn ich jetzt das Ganze, ich sag mal, das erste Video, was so irgendwie viral gegangen ist oder so als Content Creator, ne, wo du jetzt mal so, das, ja, weiß nicht, wo man dann auch erst mal so überfordert war, so, oh mein Gott, das gucken so viele Leute jetzt so und dann guckt man sich selber sein Video an und denkt sich so, oh mein Gott, scheiße, ey, was hab ich denn da gesagt? Ja, das, ähm, tatsächlich war das damals mein, mein erstes Video, was viral gegangen ist, ähm, ja, das sind auch besondere Momente, so, dann sitzt du da und guckst irgendwie so, jede Minute swipest du und guckst so, was ist mit den Klicks los, auf einmal kommen pro Minute tausend Klicks dazu, so, und, äh, das waren diese drei Anfängerfehler, die du niemals machen solltest oder sowas, mh, auch schon ein uraltes Video, ich weiß gar nicht, wann hab ich das hochgeladen, 2020 oder sowas, äh, ich weiß es gar nicht, ewig her, auf jeden Fall, ja, das, das sind auch so Momente, klar, oder jetzt irgendwie in, in so einem E-Sports-Team dann, dass sich das alles so ergeben hat, jetzt mit den Möglichkeiten, die wir haben, ne, oder die Leute, die man kennengelernt hat, also es gibt sehr viele schöne Momente, ähm, oder, äh, wenn man das mal so reflektiert in der Vergangenheit, wo, wo man jetzt gerade ist, es gibt sehr viele geile Sachen, so, das ist jetzt eigentlich unfair, nur ein, zwei Sachen zu nennen, aber, ja, das, was ich jetzt gerade gesagt hab, das war schon, das sind so Dinge, klar, die denkst du direkt dran. Also hier ist niemand, der dir Druck macht, so, du hast, äh, du hast die Zeit, du kannst, du kannst da... Ich seh schon die einen oder anderen Kommentare, Mabix, was ist denn da und damit gewesen? Ja, aber ist doch schön, dann, äh, wird dir das nochmal so in die, äh, Erinnerung zurückgerufen. Du, das ist, ähm, das Ding ist, sind so viele Dinge passiert, wenn man jetzt bewusst mal drüber nachdenkt, so, mir würden so viele Sachen einfallen, ne, aber das wird, glaube ich, den Rahmen springen, ja. Es ist, äh, es ist wirklich schön, was man alles erleben darf, muss man ganz ehrlich sagen, also... Ja, ja, ich komm ja auch gar nicht aus, ähm, ich komm ja gar nicht aus diesem Bereich irgendwie, also, die Leute denken, ich sitze so vor der Kamera irgendwie und ich, das war schon immer so meins, ähm, aber ich war damals komplett das Gegenteil, so, ich bin da komplett reingewachsen, ich war, äh, was gerade so vor Leuten sprechen, was präsentieren und so, ich war derjenige, der immer sich ganz hinten verkrochen hat und ich hatte da gar keine Lust drauf, so, ich war sehr introvertiert, was das anging. Ich hab damals, ich hab ja vorhin gesagt, 2021 hab ich dann entschieden, okay, ich fang jetzt an zu streamen, war für mich ein Riesenschritt, aber ich hab gesagt, ey, das ist wahrscheinlich super unangenehm, du sitzt da und dir schreiben Leute in den Chat und du musst live mit denen kommunizieren, so, was erzählst du denen oder wie gehst du damit um? Ja, und dann die Vorstellung, dass einem vielleicht mal mehrere tausend Leute irgendwie zugucken, irgendwo, das war unvorstellbar für mich. Und jetzt, ja, deswegen sag, das ist auch wieder Thema limitieren, so, ey, man kann alles erreichen, egal, was du für eine Vorgeschichte hast, so, wenn du etwas willst, ne, wenn du es zulässt, du kannst, wenn du Gas gibst, dann, dann kann alles funktionieren, ne, du, man, man ist nicht unbedingt der und der Mensch, der muss man nicht für immer sein, der Introvertierte oder der was auch immer, wie man sich fühlt oder so, sondern man kann sich weiterentwickeln, so, ne, und so hat sich, bei mir hat sich das Schritt für Schritt irgendwie so entwickelt und mittlerweile ist das, ja, so, wie so ein Traum, so, manchmal muss man sich kneifen und das ist wunderbar. Der gute alte Fiebertraum. Bist du heute noch nervös, wenn du Videos hochlädst oder live gehst? Bei Videos tatsächlich gar nicht. Es kommt immer drauf an, klar, manchmal hast du Videos, da machst du dir vorher Gedanken, so, ähm, willst du gewisse Sachen, ne, wie du sie sagst und, ähm, keine Ahnung, stößt das manchen Leuten irgendwie komisch auf oder was auch immer, keine Ahnung, da machst du dir Gedanken drüber, aber so nervös oder sowas gar nicht, ne, aber bei Streams, wo ich in Stuttgart war, da war ich sehr nervös, ja, da war das so vor Ort, alle gucken, um dich herum, sehen, wie du da mit dem Mikrofon stehst und das hatte so ein bisschen was von so einer TV-Produktion so mäßig, ne, und, aber das war dann auch nach, zehn, 15 Minuten weg, ne, aber so rein im Stream, so, ja, manchmal, dann merkst du noch so, ey, so, da kommt so ein bisschen diese, diese Anspannung hoch, aber das ist jetzt keine Nervosität und sowas, das ist einfach, ähm, so, du willst abliefern, du willst den Leuten was bieten und das ist mir auch immer sehr wichtig, dass es nicht einfach so, ja, ich mach einen Stream an, kommen wir scheißegal, was hierbei rauskommt, sondern mein eigener Anspruch ist immer, die Leute sollen einschalten und die sollen geiles Racing erleben, ne, da versuche ich immer für zu sorgen, das klappt natürlich nicht immer, aber das ist so mein, mein Ziel eigentlich immer und deswegen macht man sich schon immer so, man, ich will mich auch immer vorbereiten gewissermaßen und wenn es mal nur eine halbe Stunde ist vor, oder eine Stunde, ne, das ist nicht, ja, dass die Leute sich darauf freuen können, okay, Donnerstag am Pro Series, da wird abgeliefert, da, äh, oder da gibt's geiles Racing, ja, und Anspannung hast du da immer ein bisschen, ja. Hast du dir selber für die Zukunft noch ein bisschen was vorgenommen? Also, was du preisgeben möchtest, ich denk mal, da wird bestimmt noch ein bisschen was in den Startlöchern stehen, irgendwie, nehmen wir mal an, aber wo du sagst, so, ja, das, äh, darauf können wir uns schon freuen? Meine Marke möchte ich auf jeden Fall weiter ausbauen, also Polsetter, das ist für mich auch einfach so ein Projekt, das, äh, das liebe ich, weil da kann ich, ja, weiß nicht, da kann ich nochmal so irgendwie was, ähm, ne, abseits von rein Simracing so, da kann ich was, äh, aufbauen, was verwirklichen, so, was, äh, was ultra geil ist, einfach so dieses Simracing, Schrägstrich Motorsport, ähm, dieser Lifestyle und, ähm, natürlich auch Kleidung, die man, die man gut nutzen kann im Simulator, aber auch so, ja, einfach das, was ich fühle, was ich so denke, irgendwelche Sprüche, irgendwelche Sachen, das in meiner Kleidung irgendwie dann zu verwirklichen irgendwann, ich bin jetzt noch ganz am Anfang und das dauert auch alles seine Zeit, das würde ich auch alles sehr gerne sehr viel schneller irgendwie machen und ich hab so viele Ideen, aber das dauert halt leider einfach. Ich hoffe, du hast sie dir aufgeschrieben. Ne, das noch nicht. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Der macht mich fertig, der Typ, Junge, das, das klären wir gleich. Ja, ja, da kannst du mir mal deine To-Do-Listen durchschicken, als Inspiration. Ja. Ne, das ist, ähm, tatsächlich was, also klar, ich hab, äh, ich bin da, ähm, sag mal, wir haben auch eine Gruppe da, wo wir da unsere Sachen reinschreiben und so, da wird schon was festgehalten, aber ich bin da noch ein bisschen unorganisiert, für das, dass ich selbstständig bin, als Selbstständiger musst du eigentlich umso organisierter sein, mhm, das bin ich nicht unbedingt, ja, das ist so eine kleine Schwäche, ähm, aber wie ich grad gesagt hab, so, das, das will ich aufbauen, da will ich selbst mich drin verwirklichen, was Geiles für die Leute rausgeben und so und, ja, das, das macht Spaß, so auch zu sehen, ey, die Leute, die feiern es dann am Ende des Tages und das sind Projekte, die, die wollte ich damals schon machen, also abseits von Simracing, da hab ich immer gesagt, so, du, wie gesagt, du willst dein eigenes Ding machen und jetzt hast du die Möglichkeit, Gedanken, ähm, du hast irgendwelche Ideen, du kannst die umsetzen, ne, weil du hast, du hast eine gewisse Reichweite, du hast Leute da draußen, die das feiern und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man, äh, ja, wenn man diese Gedanken, wenn man dieses Gefühl hat. Also wirst du schon sehr happy mit dem, was du erreicht hast? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also klar, man kann, man kann immer produktiver sein, du kannst immer mehr machen und so, aber man, man muss es langfristig sehen. So, ich, ich hab gesagt, okay, wenn ich sowas jetzt mache, das machst du keine drei Jahre oder so, vier Jahre, fünf Jahre, ich mein, du bist ja auch schon jetzt über zehn Jahre oder so als Content Creator unterwegs und das ist einfach so, es ist einfach ein, äh, ja, ein, äh, eine Selbstständigkeit, ein Geschäft, was da dran hängt und, äh, gleichzeitig will ich den Spaß nicht verlieren, so, und wenn du zu verbissen an eine Sache rangehst, so, dann, dann leidet halt oft der Spaß dann irgendwann drunter und du kannst es vielleicht einfach nicht mehr so machen und du kriegst einen Burnout oder was auch immer und deswegen ist es für mich immer super wichtig, so Step by Step, immer mit, manchmal mit einem gewissen Abstand noch, das Ganze zu betrachten, aber trotzdem, ähm, Gas zu geben, ne, also es ist nicht einfach, manchmal verliert man sich in gewissen Sachen und man gibt zu viel Gas und man braucht mal eine Pause, das ist aber völlig normal, glaube ich, ja, genau. Wo siehst du denn, äh, dich persönlich, und das wird jetzt eine richtig, äh, das wird auch wieder so eine richtig schöne Frage, du, wo siehst du, wo ist denn deine persönliche Stärke? Hm. Oh ja. Meine Schwäche hast du ja vorhin schon erfahren. Ne, da, da, das möchte ich jetzt, diese, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, das machen wir dann nach, damit es nicht so böse aussieht. Aber das haben alle gehört, das haben alle gehört, die große Schwäche. Meine Stärke auf, generell, ähm, mich, ich als Person oder? Die Fragen sind alle offen, das, was du für dich selber gerade was hier in den Kopf kommt, ich, äh, also ich, ich spiele auf nichts an. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt, ähm, das kann man als Stärke oder als Schwäche sehen, Verbissenheit, Ehrgeiz, so, das ist bei mir etwas, ähm, wenn ich, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und, ähm, ja, merke, dass es Substanz hat, zum Beispiel jetzt auch mit dem Sport und sowas, ne, das sind, es gibt so Dinge, ja, da beiße ich mich fest und das, das lasse ich nicht mehr los, so mäßig, ne, das ist genauso wie jetzt mit dem Simracing und so, und ich glaube, so diese, ähm, Disziplin, ne, das sind Dinge, die muss man lernen und da kann man auch mal hier und da abdriften und so, aber ich glaube, das ist was, äh, wo ich sagen würde, da bin ich, da bin ich sehr, 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 sehr gut drin, ähm, boah, Stärke, Stärke, das ist immer sehr, sehr schwierig, selbst zu beurteilen, finde ich, sehr schwierig, da muss, da, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken, so, weil ich, ich überlege auch gerade, was sagen andere Menschen, was, äh, ne, wie sie mich wahrnehmen, so, ne, ähm, das ist ja auch immer eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung anderer. Ich finde solche Fragen total geil, weil du dann erst mal da sitzt und denkst, ne. Ja, 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 ich bin auch komplett, ich bin komplett am Grü, ich bin komplett so am Grübeln, so, was meine, meine Stärken sind, so. Ich finde das auch immer so schön, als, als, äh, gerade du wirst das ja wahrscheinlich auch bestimmt ein oder zweimal machen müssen, dieser Über-Dich-Bereich. Ja, ja. Und du sitzt davor, ähm, ja. Hallo. Hallo, ja genau, hallo, mein Name ist, mein Name ist Fabi. Ich bin 30 Jahre alt, genau. Das ist meine Stärke. Ich bin so wilder. Ich kann schon aussehen, obwohl ich schon alt bin. Ich bin so, das war's, ciao. Ja, 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 ja. Ne, ähm, boah, ey, du, das ist eine super schwierige Frage, weil, ähm, ich, ich überlege jetzt gerade in den verschiedensten Lebensbereichen so irgendwie, äh, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt unbedingt als Stärke sehen kann, so, aber, ähm, das war so dieses, wie ich zum Beispiel an diesen Punkt jetzt gekommen bin, wo ich bin, so, ich hab sehr viel, ich hab sehr viel, um, ich hab's geschafft, sehr viel um mich herum auszublenden, um mich auf eine Sache zu fokussieren, so, und, äh, weil ich das halt unbedingt wollte. Und, ähm, da gehört ein gewisser, ähm, Egoismus zu, also Egoismus kann man ja immer sehr schnell negativ, ja, kann man sehr, sehr schnell negativ aufnehmen, ne, weil, ja, Egoist, der denkt nur an sich so mäßig, aber, ähm, ich glaub, das war so ein gesunder Egoismus, damit, weil ich hab mein Ding durchgezogen, mir wurde sehr viel von außen reingeredet, von vielen Leuten und, äh, ja, weil jeder natürlich gesagt hat, okay, oder viele haben gesagt, ne, ist es jetzt wirklich das und, äh, dann wurdest du verunsichert hier und da, alle wollten dich wieder so da rausziehen aus dem, was du da gemacht hast, auch Freunde und so, und keiner hatte so irgendwie, ja, diesen, diesen Bezug dazu und ich glaub, da hatte ich einfach so diesen Tunnelblick, keine Ahnung, ob man das jetzt so irgendwie als Stärke, ähm, ich mach mein Ding und ich lass mich nicht von außen reinreden. Das ist auf jeden Fall ne Stärke. Ja, so, das, das ist glaub ich was, was ich gelernt habe, ähm, weil, vorhin hab ich ja auch gesagt, früher war ich oft an dem Punkt, okay, gerade von Leuten, die sehr eng in deinem engeren Umfeld waren und denen du wichtig warst und, ähm, die mir auch wichtig waren, die haben dir dann Ratschläge gegeben, die haben gesagt, ja, mach es lieber so und so, mach das und das, mach dies und das. Und das hab ich gelernt, dass das nicht immer richtig war, so, weil die haben's nur gut gemeint, aber es war trotzdem einfach nicht das Richtige für mich und da, ähm, ja, hab ich so viel in der Vergangenheit darüber nachgedacht, so, dass das einfach, dass ich versucht habe, anderen irgendwie zu gefallen oder denen gefallen zu tun mit meinem, was ich getan hab, ja, und das hab ich jetzt mit YouTube oder mit dem, was ich jetzt hier tue, hab ich das geändert und ich glaub, niemand hat da so richtig dran geglaubt, so, dass ich das so mache oder so schaffe oder an den Punkt jetzt kommen kann, wo ich jetzt gerade bin, mir damit ein Geschäft aufzubauen, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ich glaub, das ist, ähm, etwas, so, da bin ich persönlich auch sehr, sehr stolz drauf, ne, dass ich das durchgezogen habe und auch durchziehen werde und, ja, das ist sowas, was, glaub ich, mich sehr geprägt hat, so, das ist, was ich gelernt habe, was mir sehr wichtig ist aus der Vergangenheit, ja. Ich mein, du hast ja wirklich einen fantastischen Job gemacht, kann man ja jetzt nicht sagen, im deutschsprachigen Raum bist du, glaub ich, aktuell, würd ich sagen, der größte Content Creator, den es gibt? Schon? Ja, ja. Doch. Nö, doch. Also aus Streaming, aus Streaming-Sicht, ich seh das ja auch immer aus verschiedenen Blickwinkeln, so, ähm, Streamer, eigentlich ist es ja alles Content Creator, klar, aber, ne, du hast natürlich die verschiedensten Zahlen, du hast einmal Abonnenten, du hast dann einmal die Zuschauer, Live-Zuschauer, du hast Klicks auf den Videos, aber insgesamt, glaub ich, ja, ähm, ja, man gehört dazu den Größten oder vielleicht sogar der Größte oder sowas, aber ich war sogar einmal in den YouTube-Trends so mit irgendwelchen Streams, also mit dem Stuttgart-Stream, mit dem 24er und so, da hat man dann erstmal realisiert teilweise so, du liest da Namen, das ist so surreal, wenn du die Namen liest, du weißt, wie lange die schon dabei sind, was die für einen Status haben auf YouTube, was die, ja, erreicht haben, und dann liest du deinen Namen direkt da drunter, so, und das ist so unfassbar, weiß ich nicht, das ist so, man realisiert das irgendwie nicht, ich, äh, auch, dass mir, ähm, oder das in dem Stream in Stuttgart, da zu dem Finale, wo wir das Rennen dann gewonnen haben, ne, durch den Spannungsbogen und so, waren dann irgendwann 7000 Zuschauer, glaub ich, live da im Peak, Nice. Und dann sitzt du da und dann erzählen dir die Leute da, oder mein Team erzählt dir das dann so, ey, was, äh, was, äh, schätzt du, wie viele Zuschauer waren da jetzt gerade, äh, im Peak? Und dann sagen die diese Zahl und dann, dann bist du kurz davor irgendwie einfach da dich hinzulegen und den Tränen auszubrechen, so nach dem Motto, ähm, ja, unglaublich, so, realisiert man einfach nicht, das ist krass, weiß ich nicht, ich seh, ich seh mich da auch manchmal gar nicht so, ne, äh, weil ich bin noch gar nicht so lange irgendwie dabei, aber irgendwie auch doch und, ja, es ist, ich mein, du kennst das ja wahrscheinlich auch, so, das ist manchmal einfach, wenn du drüber nachdenkst, einfach nicht greifbar, so, ja. Ich hab aufgehört, darüber nachzudenken. Ja, das muss man lernen, glaub ich, das muss man lernen, ja, dieses drüber nachdenken, ich find, das ist wichtig, dass man das so, ähm, irgendwie einordnet, reflektiert und so, äh, und dass man auch dankbar ist, ich glaub, das ist auch was, äh, Dankbarkeit, ja, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer so diese, ja, so, die Leute, die supporten einen, so, und das ist einfach super, super wichtig, dass man da, dass sich vor Augen hält, find ich, ja. Ja, man darf nie vergessen, wo man herkommt, das ist, äh, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich saß, ich saß an einem Schreibtisch mit einem Plastiklenkrad, mit Pedalen unterm Tisch, die hin und her gekippelt sind und hab den Leuten was von Simracing erzählt und E-Sports oder versucht, da schnell zu sein und hab's manchmal geschafft, manchmal nicht, aber so, ja, und jetzt sitzt du hier in so einem Setup und, ja, die Leute gucken dir tausendfach zu, so, das ist wild, das ist einfach wild, ja. Sehr wild, ja, also, wenn ich das kurz mit einschmeißen darf, ich hab an meinem, äh, Jugendschreibtisch angefangen, mit nem, mit nem ganz, wirklich sehr schwachen PC und hab nicht mal ne Kamera gehabt und hab damals einfach, damit die Leute wissen, wer da sitzt, ein Bild eingefügt. Ja, krass, ne? Also, so, so, richtig auch im Kamerarahmen und den ganzen Scheiß, so, von nichts ne Ahnung gehabt, so, selber in Photoshop irgendwelche hässlichen Panels zusammengebaut, weißt du? Ja, ja, ja. Und dann ging das los und dann saßt du so in deiner Studentenbude damals, äh, an deinem Schreibtisch, den du mit 14 Mal gekriegt hast, so. Das ist krank, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte nen PC, ähm, mit dem ich dann meine ersten Videos gemacht hab und so und, ähm, der PC, ich hatte auf dem, auf, auf der CPU hatte ich so nen, ähm, also, normalen Kühler halt drauf und der war so voll, voll gestaubt und alles und das war alles so ramschig, dass, ähm, beim Rendern die CPU immer viel zu heiß geworden ist und, äh, das Rendering abgebrochen ist und dass der PC einfach ausgegangen ist und dann hab ich immer so ne, äh, Dingsüberwachung gemacht, weil ich, ich hatte einfach keine Ahnung von nichts, ne? Ich wusste nicht, warum das Ding so heiß wird, ich dachte, das liegt am Rendern und, äh, keine Ahnung, hast vielleicht nen schwachen Kühler drauf und sowas und dann, äh, hab ich immer so ne Temperaturüberwachung mitlaufen lassen, die, und immer wenn das in Richtung 100 Grad gegangen ist, hab ich kurz auf Pause gedrückt beim Rendern und dann ist es wieder runtergegangen auf 70 Grad und dann hab ich wieder zwei Minuten Rendern lassen und dann ging's wieder hoch und so, so hab ich meine ersten Videos produziert, ja, oder in ne relativ lange Zeit sogar meine Videos produziert, ja, und da kommst du her, ne, von sowas. Wild. Ich mein, ich, das muss ich jetzt kurz mal fragen, du bist ja immer noch nicht so ein Computertyp, macht das Titus eigentlich immer? Äh, Titus hat mir damals mal so ein bisschen einen Crashkurs gegeben und, ähm, da ist so ein bisschen was hängen geblieben, äh, also, bei mir ist es so, wenn's einmal alles eingerichtet ist und es läuft, du, dann ist auch alles fein, dann, äh, so um die gröbsten Sachen kann ich mich schon selbst kümmern, ähm, es geht schon, so, ich bin jetzt nicht der Technikfreak, so, ich hab keine Ahnung von diesen ganzen Details und so und, ja, so such ich mir meine Hilfe manchmal, wenn ich sie brauche, Titus springt da, springt da, oder ist da immer viel eingesprungen in der Vergangenheit, ähm, das ist, da kann man auch sehr, sehr dankbar sein, dass man da seine Leute hatte, die einem immer geholfen haben, damals, äh, hier der Kollege Stuhlsen, äh, wo wir das mit Discord und so, wo das alles anfing, der hat mich da ja auch supportet und so und, äh, mir geholfen, ja, das ist alles super nett und, äh, bin ich auch sehr dankbar für, dass die Leute alle da waren und mich supportet haben, mir geholfen haben, da bist du auch ein bisschen, also ich bin zumindest ein bisschen abhängig davon teilweise, weil ich nicht der Typ bin, der sich dann stundenlang da hinsetzt, äh, irgendwie sich mit Dingen beschäftigt, damit sie irgendwie funktionieren, es kommt immer drauf an, um was es geht, aber manche Dinge, da sag ich, ey, ich kenn da Leute, die kennen sich da so gut mit aus, die rufst du an, das ist in zwei Minuten gegessen, da setz ich mich nicht selber fünf Stunden ein, so, ja, und deswegen, da, ja, da bin ich so ein bisschen, ähm, abhängig von, ähm, anderen Technikfreaks manchmal, ja. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil, ähm, irgendwann lernt man, glaube ich, wenn man älter wird, es gibt Menschen, die können das einfach besser. Ja. Und es wäre absolut sinnbefreit, so viel Zeit da reinzustecken, außer man ist natürlich charakterlich so, genau, der Typ dafür, dass man das machen möchte, aber ich mach das auch nicht mehr. Nee, ich hab meine Themen, die mich interessieren, wo ich, wo ich mich selbst drum kümmere, so, Thema Gesundheit zum Beispiel, oder, ja, weiß ich nicht, sportliche, also, alles, was meinen Körper betrifft, so, da bin ich nicht jemand, weißt du, da beschäftige ich mich selber mit, ich kaufe Bücher über gewisse, gewisse Themen und will einfach, ja, ich mag das einfach, wenn ich merke, ich, äh, mach das und das, oder, äh, ändere mal meine Ernährungsform, oder probiere mal Dinge aus und es geht mir dadurch besser und, ähm, was weiß ich, ich bin konzentrierter und, weißt du, da bin ich einfach selber so, das sind meine Themen, die, die, äh, dafür brenne ich so und das, das finde ich geil, ne, also, das war immer eigentlich schon so ein Thema, dass mir Sport und alles, was meinen Körper und meinen Geist so betrifft, dass, dass mir das sehr wichtig ist und das, ähm, dass ich mich da selbst drum kümmere und, ähm, da auch, ja, regelmäßig versuche zu optimieren, so, aber dann gibt's natürlich auch Themen so, das hat mein Papa auch sehr, sehr früh gemerkt, ähm, mein Papa ist zum Beispiel technisch schon sehr begabt, würde ich sagen, so, der ist auch in dem, in dem Bereich so beruflich unterwegs gewesen, er hat aber sehr, sehr früh gemerkt, dass mich die Dinge gar nicht so interessieren, so, und dann war das, ja, so, guck doch mal mit zu, hier, mach doch mal, ähm, was weiß ich, hat er mir irgendwelche Sachen da an der Bohrmaschine, äh, hier an der Fräsmaschine und keine Ahnung was, äh, gezeigt und mir versucht, Dinge zu erklären, aber das ging irgendwie immer da rein, da raus, ich wollte mal irgendwie andere Sachen machen und, ja, wie gesagt, da hab ich so jetzt meine Bereiche gefunden, die mich interessieren und so investier ich auch meine Energie und Zeit rein und Simracing gehört ja mittlerweile auch zum großen Teil schon dazu, ja. Ja. Aber ein Loch in der Wand kriegst du und einen Dübel. Ja, so die Basics, die, 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 die kriegen wir hin. Danke, okay. Die Basics kriegen wir hin. Ja, oh. Ich, wenn du jetzt sagst, hier, äh, mach mal Wohnung komplett von vorne bis innen verlegbar, äh, Elektronik oder was weiß ich was. Ah, okay. Ja, da ist dann so, ähm, ich hole mir mal lieber einen, ne, sonst, äh, sonst haben wir den Mavics hier bald nicht mehr auf YouTube. Kann passieren. Schön, um mal ein Gewisch gekriegt, du. Plus, Minus. Es gibt halt tatsächlich Menschen, die können kein Loch in der Wand bohren. Da kommt dann nichts bei raus. Ja. Hab ich schon kennengelernt. Sollte man hinkriegen. Ich meine, ich mach jetzt auch nicht jetzt jeden Tag irgendwie was, aber, ja, wenn, dann, dann passt das schon irgendwie, ne, kriegt man hin. Aber dann lass mal jetzt, äh, wir haben ja so viel über die positiven Dinge gesprochen. Oh. Deine größte Schwäche, los, gib sie mir. Deine größte Schwäche? Ja. Ist es das, ist es die Organisation? Ja, es ist, glaube ich, schon, Organisation ist wirklich so in meinem Leben. Also, ich hab, ich hab schon einen durchstrukturierten Tag, so für mich persönlich. Ähm, ich gehe nicht sehr spät ins Bett. Ähm, ich, ich bin nicht einer, der die ganze Nacht, äh, irgendwie zum Tag macht und da am produktivsten ist oder sowas. Ich will eigentlich in den meisten Fällen immer vor zwölf Uhr, elf Uhr in dem Dreh will ich in meinem Bett sein. Morgens um sieben Uhr, acht Uhr in dem Dreh spätestens aufstehen, mhm, zum Sport gehen, mhm, irgendwie so produktiv in den Tag starten und einfach so. Also, das ist für mich so, das muss ich mir nicht notieren, ne, also das ist so mein Tagesablauf, den hab ich immer drin. Dann mach ich zum Beispiel, wenn ich vom Sport komme, mach ich, äh, zieh ich mir ein Käffchen, dann setz ich mich an ein Video dran oder bereite irgendwelche Dinge vor, fahr ins Lager, mach bis 14 Uhr, da wird immer die Post abgeholt bei uns. Mach ich die Pakete fertig, so, ich hab so meinen Tagesablauf. Aber wenn's dann um, äh, Dinge geht, ja, Mavix, äh, mach mal da und da die Anmeldung oder mach mal hier und da, äh, kannst du uns mal, kannst du mir mal eben Screenshot machen, da und da von. Und ja, mach ich später, äh, schick ich dir hier, Shiro, schöne Grüße gehen raus. Der wartet immer noch seit zwei Tagen auf seinen Screenshot, ja, es ist, da, da, ja, ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt hab, da mach ich mir irgendwie Notizen oder sowas, ist, ist absolut falsch. Und es ist absolut scheiße. Da, da, da muss man eben kurz tief durchatmen. Ja. Ähm, deswegen, das ist, das ist komplett dumm, weil, gerade als Selbstständiger hab ich ja gerade auch schon gesagt, es ist super wichtig, eine Struktur zu haben, ja, äh, irgendwie einen Arbeitsablauf zu haben, damit man effizient arbeiten kann. Und, damit du Dinge auch einfach nicht vergisst, ja, das ist so ein Ding, ich glaub, das haben die einen oder anderen schon mit mir, die mit mir arbeiten oder zusammengearbeitet haben, schon festgestellt, ja, das ist manchmal nicht so einfach, aber ich, äh, es ist wirklich keine Absicht oder irgendwie was. Es ist einfach, ähm, wahrscheinlich Bequemlichkeit am Ende des Tages irgendwie, ne, dass ich da, dass ich da einfach noch nicht so dieses, ja, dass ich noch nicht in den Genuss gekommen bin, das zu tun und zu merken, wie viel einem das vereinfacht. Ich glaube, das ist, ähm, so eine Sache, ja. Es ist übrigens, ähm, dieser Podcast hier zeigt mir immer wieder, du bist da nicht der Einzige. Ja, okay. Du bist nicht, also da brauchst du dir wirklich keinen Kopf machen. Ja, nee, das mag ich auch nicht. Dieser Podcast ist einfach, kannst du mir, du sagst, kannst du mir bitte ein Bild schicken am Anfang des Podcastes, okay? Das hab ich schon wieder vergessen, ja, ja. Nächsten Tag, nach dem zweiten Mal nachfragen. Ja, ja, ja. Und du sagst es während, währenddessen, weißt du, wo du, du könntest es theoretisch jetzt schicken, weißt du? Richtig, richtig. Aber ach, komm. Das ist bei mir genauso. Das war aber damals in der Schule, ähm, war es auch schon so. Ich war immer derjenige, der, äh, auf den letzten Drücker alles gemacht hat, ähm, immer auf den letzten Drücker, ja. Es ist, es ist echt so. Und das ist, das ist nicht gut, ne? Also da macht man sich das Leben manchmal selber schwerer. Und wenn du dann die falschen Leute gerätst und da, ja, so einen Eindruck hinterlässt, es ist nicht gut. Ähm, auch aus geschäftlicher Sicht so. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, vergesse, als Beispiel, ähm, ich hab jetzt noch nie irgendwie, ne, keine Ahnung, Inkasso-Unternehmer hat noch nie geklingelt, hier, du hast die ganzen Rechnungen nicht bezahlt oder sowas. Das krieg ich schon noch, das krieg ich schon noch hin. Aber es sind halt die belanglosesten Sachen so manchmal, ne, ähm, und das ist halt einfach, da kann ich an mir arbeiten, sag ich mal. Und was auch noch eine Schwäche ist, die, ähm, auch wieder als Stärke und als Schwäche gesehen werden kann, ist so, ähm, Ehrgeiz. So, dass ich mich sehr schnell, wenn's nicht läuft, bin ich auch manchmal sehr schnell an dem Punkt, dass ich sage, okay, das zieht mich schon runter, ne, dass ich da nicht so sage, okay, ähm, ja, es ist gerade okay, wie es ist. Sondern, ähm, ich bin, ja, das haben, glaube ich, auch viele schon mal bei mir erlebt, äh, dann läuft ein Rennen nicht so oder beziehungsweise man setzt sich zu viel unter Druck, ähm, man verkackt es irgendwie und dann ist irgendwie alles, alles im Eimer so. Also, das liegt einfach an diesem Ehrgeiz, den ich habe, ich will's unbedingt und wenn's nicht funktioniert, bin ich dann halt, äh, sehr schnell sehr down. So, was heißt der? Aber ich bin dann nicht der Typ, der dann darüber hinweglacht oder so und sagt, ach ja, heute mal nicht und so, ne, weil, wie ich auch gerade schon gesagt hab, so, ich will den Leuten immer was bieten und es ärgert mich dann selber, wenn ich's dann gerade in dem Moment nicht kann, äh, und verkackt habe und so. Aber, ähm, das ist ja eine Stärke und eine Schwäche gleichzeitig irgendwie. Ja. Ja. Du hattest, äh, vor, ich, also, zwei, drei Minuten hast du sehr viel darüber gesprochen, dass du dich ja selber sehr viel optimierst, so mit Büchern lesen und dass du sehr viel auf deine Gesuchten hält und dein Geist achtest. Ja. Wie kann das sein, dass du dich noch nie darum gekümmert hast, dich zu organisieren? Das ist so eine richtige Diskrepanz. Ja, 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 das ist, ähm, darüber hab ich auch gerade nachgedacht, das ist tatsächlich so, aber das sind, ähm, ich glaub, weil ich, wie gesagt, ich hab's einfach noch nie angefangen, das war immer irgendwie auf meiner Prioritätenliste, war's halt nie irgendwie so weit oben, Dinge jetzt mir aufzuschreiben oder, ne, obwohl's halt eigentlich, ähm, es kostet ja nicht viel Zeit, es tut nicht sonderlich weh, aber es ist einfach eine Bequemlichkeit. Weiß nicht, beim Sport ist das ja auch am Anfang so, du fängst an, es ist erst mal so, boah, erst mal anfangen und dann durchziehen und dann irgendwann wird's so Gewohnheit und es ist einfach drin. So, aber das ist tatsächlich mit diesen organisatorischen Dingen, ich mein, ich hab jetzt nicht super, also, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag 30 To-Dos habe, die ich irgendwie machen muss, sondern, ähm, ja. 31. Ich hab ja meinen, ja, genau, ich hab ja meinen Tagesablauf so und, äh, da, da decke ich schon viel mit ab, so, wie gesagt, meine Pakete machen, äh, meinen Sport machen, diesmal das machen, jenes machen, Video produzieren, das sind dann eher so kleine Sachen, äh, ähm, ich bin aber auch ganz, also, ich hab ja immer gesagt, so, Shiro ist ja bei uns derjenige, der, und Titus, die kümmern sich halt um diese ganzen Sachen, hier mal, äh, da irgendwas organisieren, da anmelden, äh, da irgendwas reinschicken und so und Sachen klären. Und, da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass wir das haben, äh, was jetzt unser Team betrifft, weil, wenn ich das, äh, wenn das von mir abhängig wäre, wäre das nicht gut, so, dann wäre unser Team wahrscheinlich in der einen oder anderen Serie nicht mitgefahren, äh, aber, es ist, ähm, auf meine Selbstständigkeit bezogen und generell aufs Geschäftsleben und generell aufs ganze Leben bezogen, kann ich da noch einiges optimieren, was das angeht, ja, definitiv, ja. Darf ich dir ein Buch empfehlen? Ein Buch? Warte mal, ich kenn das bestimmt. Liest du das? Erzähl mal. Liest du Bücher? Ja, ich hab Bücher, ich hab hier hinten, äh, ja, äh, mein Schreibtisch, so halb Regal, halb Schreibtisch, da hab ich sehr viele Bücher, äh, kann man jetzt leider nicht sehen, aber da ist schon ein bisschen was bei, ja, so, zu den verschiedensten Themen, Persönlichkeitsentwicklung, äh, da hab ich mich immer sehr viel mit beschäftigt, Gesundheitsthemen, äh, zu irgendwelchen Nährstoffen, ich hab mir mein Buch einfach nur über Wasser gekauft, über Wasser, was ist Wasser? Ja, das ist total wichtig, das ist super wichtig, das ist die Grundlage des Lebens, so, und, ähm, super spannend, ja, das sind so Sachen, wie gesagt, da, wenn ich da mich verliere drin, da bin ich, ja, Feuer und Flamme, ja, sowas ist, äh, sowas mag ich, ja, genau, welches Buch hast du denn da? Ja, die Ein-Prozent-Regel, minimale Veränderung, maximaler Ertrag. Kenn ich, aber hab ich noch nicht gelesen. Nicht? Oh, solltest du unbedingt machen, dein Leben ist komplett anders, oder? Ja, 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 hab ich, äh, hab ich schon öfter mal gehört, wurde mir schon ein paar Mal vorgeschlagen, ja, muss ich mir mal notieren. Ja, hast du, jetzt war, jetzt war ohne Flight, du hast du, du hast noch ein Telefon, wo eine Notizen-App drin ist, oder nicht? Ja, kann das ein iPhone? War ein Spaß. Ja, das ist die beste Notizen-App EU-West. Diese hier, warte, hab ich da überhaupt, guck mal, bei mir, bei mir kommt da, wo kann man das jetzt sehen, bei mir kommt da, äh, dieses Einführungs-Ding, also ich hab's noch nie benutzt, das ist, äh, Tutorial, wie benutze ich diese Notizen-App? Ja, das, wir, wir können gerne einen Workshop machen, wenn du möchtest. Sollen wir das auch nochmal hier im, äh, On-Stream oder im Podcast machen, ja. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich eine gute App, aber das ist, das ist echt, äh, wahnsinnig, ne, weil ich seh mich gerade selber auch in dir, also, ich, ich fühl das gerade komplett, weil ich das früher auch nie gemacht hab. Ja, überschneidet sich das so, war das bei dir auch so in meinem Alter, oder war das früher, wo du damit angefangen hast? Nee, ganz früher, als ich damit angefangen hab, ich hab nichts aufgeschrieben. Also, jahrelang nichts. Ja. Und das war wirklich, und du kommst ja an den Punkt, da bist du ja jetzt auch, bei mir war das so, da waren Reisen geplant, die waren drei Monate vorher, wegen Flieger, etc., waren die geplant. Und zwei Tage vorher ist dir das wieder eingefallen. Und dann ging's aber los mit, oh scheiße, ich muss ja meinen Ausweis noch fertig machen, ich brauch ja noch einen Reisepass. Ja, krass. Glücklicherweise hat immer alles funktioniert so, aber ab einem gewissen Punkt, ne, als du dann halt auch irgendwann mal so eigene, eigene Bude hattest, bei mir jetzt noch Katzen, hast du ja auch Verantwortung, da musst du halt einfach viel weiter denken, so, ne? Ja, da hängt ja viel mehr dran, dann, ja, das stimmt. Aber als ich angefangen hab, bei mir war es genauso wie du, ach, ich krieg das schon alles, ich merk mir das einfach. In den Tag hinein. Nee, das ist ja nicht mal, bei dir ist es ja auch nicht mal in den Tag hinein. Du hast das immer im Hinterkopf, aber wenn du's brauchst, ist es nicht da. Richtig, oder wenn's einer verlangt, dann ist es, dann, ja, ja, das ist so, das ist so. Ja, aber gut zu hören, das, ähm, ich glaub, das ist aber auch, das ist fast bei jedem so, das lernt man mit der Zeit und, ähm, oder sollte man es zumindest lernen, weil man, ich hab ja auch grad gesagt, man will ja weiter wachsen, man will weiter dazulernen und, ja, das sind so Sachen, das ist auch gut, dass man es anspricht jetzt gerade, weil selbst machst du dir darüber ja nie so Gedanken, aber wenn du dann jemanden hast, der dich konfrontiert damit und sagt, ey, das hat mein Leben verändert, so, das sollte man tun, wenn man weiterkommen will, ne, und wenn man, äh, gerade auch gewisse Sachen ernster nehmen will und, ne, aus geschäftlicher Sicht sollte man das tun, aber auch aus privater Sicht, ne, wenn du, wie du gesagt hast, jetzt so ein Reise buchst mit wem auch immer, dann, ja, hinterlässt es nicht so einen guten Eindruck, wenn dann auf einmal die Hälfte fehlt, ja. Nope. Ja, aber das erspart einem sehr viel Stress. Jetzt stell, jetzt stell dir mal vor, ne, du wächst ja, du wächst ja und gedeihst ja wirklich in deinem Geschäft. Ich male dir jetzt das komplette Horror-Szenario aus. Ja. Du wächst und gedeihst und das ist eigentlich immer der Warnschuss, wo du sagen solltest, okay, jetzt müssen wir mal kurz was ändern. Und du hast irgendwann Angestellte. Mhm. Und du wirst, es wird der Tag kommen, da bezahlst du kein Gehalt. Mhm. Es wird der Tag kommen, da bezahlst du kein Gehalt, weil du das einfach, hab, ich hab's vergessen, was menschlich ist, was vollkommen okay ist, so, ne, ist alles nicht schlimm. So, jetzt stell dir vor, irgendjemand hat was bestellt, so, oder du hast eine riesige Firma und du musst irgendwas dafür machen. Und zwar jetzt. Mhm. Und dann vergisst du das. Und da hängst nicht nur du alleine drin, sondern andere Menschen. Du bist halt für andere noch mitverantwortlich. Ja. Das war der Punkt, wo es bei mir komplett Klick gemacht hat, als ich nicht mehr nur für mich alleine verantwortlich war. Ja. Ja, definitiv. Klar. Also, das ist ja auch immer das Ding, so, wenn bei uns mal irgendwie so Kleinigkeiten da hier und da was fehlt und ich da, weißt du, da bricht jetzt keine Welt von zusammen so, das ist dann immer ärgerlich und du sagst, ey Junge, jetzt konzentrier dich mal und schick mir das jetzt nach dem 20. Mal nachfragen. Aber wenn da jetzt mal ein bisschen mehr dran hängt, ist das schon nochmal ein anderes Gefühl, definitiv. Also, ich hab mir noch nie Gedanken gemacht, wie es ist, wenn ich Angestellte hätte, so. Weil ich, ja, immer noch sehr viel, ich mach alles selbst. Ja. Aber ich weiß nicht, hab ich auch, glaub ich, noch gar nicht gesagt. Ich mach alles selbst, ich lass niemanden Videos schneiden und so und ich bin komplett für mich, für alles, was hier passiert, selbstverantwortlich. Hat Vorteile, hat Nachteile, ne. So, es ist manchmal nicht verkehrt, Dinge abzugeben. Und, ähm, gerade auch, ja, wenn man, wenn man, ja, ein gewisses Wachstum irgendwie beschleunigen will und so, man kann nicht alles selbst machen. Das ist so, das muss man im Leben lernen. Oder ich hab's auch schon damals von meinem Papa mal gehört und so. Ja, ne, diese Einstellung, mach es alleine und dann, sobald andere da mit drin sind und so, das ist immer eine Gefahr, so nach dem Motto. Ne, das war so dieses, äh, ja, du selbst kannst es am besten und das, das muss so bleiben, mäßig. Aber das ist das große Problem, dann kommst du ja nicht weiter. Dann limitierst du dich ja irgendwann komplett. Und, ähm, wenn du, wenn du alles selber, deine ganze Zeit in alles rein investieren musst, die, die du vielleicht, also du kannst ja nicht alles perfekt können. Ne, und du hast auch nicht unendlich Energie, du hast nicht unendlich Zeit. Man kann es viel effektiver gestalten und viel effizienter alles, wie, ähm, ja, du, du bist ja jetzt gerade auch an einem Punkt, wo du dich ganz anders aufgestellt hast, jetzt auch mit deinem YouTube-Kanal und allem. So, deswegen, das wird bei mir wahrscheinlich auch irgendwann kommen, vermute ich mal. Gerade, wenn die ganzen Sachen drumherum mit meiner Marke, wenn das alles wächst, du musst irgendwann delegieren, so. Und, ähm, ja, da ist es dann wichtig, wenn man schon ein bisschen Organisation hat. Ja, das ist richtig. Es gibt übrigens einen schönen Satz zu, äh, wenn du es möchtest, dass es richtig läuft, mach es selbst, pass auf. Ja. Es läuft nur, also, es ist nur so lange richtig gut von dir selbst, wenn du nicht lernst, anderen Leuten zu erklären, mit deinen Worten, zu 100 Prozent, was du möchtest. Mhm. Ja, es war es dran. Ja. Du musst, ja, du musst deine Philosophie, dein, dein Mindset, deine, deine Herangehensweise und generell so, das musst du an andere weitergeben, ne, du musst es, das ist auch immer das Ding, ähm, so, zum Beispiel, wie ich ein Video schneide und so, ich hab so meine eigenen Vorstellungen und so und wenn du jetzt einfach sagst, okay, das macht jetzt einfach irgendjemand anders und mach einfach mal, ähm, dann, dann wäre ich damit auch, glaub ich, gar nicht zufrieden, so. Ja, derjenige muss das fühlen, der muss das verstehen, der muss, ne, also, das ist für mich auch so, das würde ich nicht einfach irgendjemand machen lassen, sondern es muss schon einer sein, der, ja, erstmal klar Ahnung von der Materie hat und aber auch so diese Philosophie, dieses, was ich vermitteln will, dass der es auch vermitteln kann, so, ne, und, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, klar. Ja, also, reden ist ja echt, äh, absolutes Gold, das hab ich aber auch ganz lange nicht, ne, also, die ersten Anfänge zum Beispiel bei YouTube, weil ich hab das ja noch nie selber gemacht, weil einfach bei mir die Zeit und das Verständnis dafür nicht da ist, was ich auch immer so, mach einfach mal und dann hast du dich näher geärgert, dass halt was rausgekommen ist, was du nicht wolltest, so, und dann, so, was soll die Scheiße denn und dann denkst du dir so, ja, aber mach doch mal den Mund auf, du wusstest ja mal was dazu sagen, der weiß doch gar nicht, was du willst. Ja, 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 Kommunikation ist super wichtig. Ja, das ist, äh, sehr, sehr wichtig, aber ich stelle auch immer wieder fest, auch, äh, bei uns jetzt hier in der Community, Leute werden viel kommunikativer mittlerweile. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Hm, generell oder jetzt auf was bezogen, genau? Nee, so generell bei uns in der Community, so E-Sportler als auch Zuschauer, äh, zuschauende Menschen, es wird immer kommunikativer, es wird viel mehr gesprochen. Hm, ja, ich meine, da hast du jetzt mit diesem, mit diesem Podcast, das ist ja auch, äh, sagen wir mal, das perfekte Format dafür, ne, dass auch mal die Leute sich, ähm, die man vielleicht nur so aus dem E-Sports kennt oder, ne, wo man noch nicht so viel drüber erfahren hat, dass man über die jetzt auch, äh, noch ein bisschen mehr erfährt und generell die Leute, ich glaub, die feiern das, die, die finden das gut, dass man einfach, äh, über viele Dinge so reden kann jetzt gerade und dass es einfach eine geile Community ist, muss man einfach sagen. Ja. Es macht einfach Spaß mit dieser Community, äh, es ist, klar, im Internet hast du immer Leute, die, äh, sich daneben benehmen und das hast du überall, aber grundsätzlich, würd ich sagen, ist, äh, die Simracing-Community schon sehr, sehr gut einfach drauf, so vom Grundding, äh, Grundding her, ne, und die meisten wissen, das, ich glaub, das liegt aber auch daran, dass die Community einfach insgesamt reif ist, ne, also es ist von der Alters, äh, von der Zielgruppe, von der Altersgruppe her, hast du nicht jetzt, ne, sehr, sehr, sehr viele Jüngere, die, was weiß ich, Call of Duty zocken oder sowas und die, ja, einfach an einem anderen Punkt sind im Leben, ich mein, wir waren alle mal jung, jeder hat mal Scheiße gebaut und sowas, aber bei uns sind sehr viele, ja, die einfach schon 20 Jahre weiter sind so und die sich Wissen zu benehmen und mit denen man gut reden kann, ähm, ehrlich sein kann, ich glaub, das ist, äh, sehr, das ist auch ein Privileg, so eine Community zu haben und, äh, aufgebaut zu haben, aber, ja, auch in diesem Bereich einfach dann unterwegs zu sein, so, ne. Ich habe noch eine einzige Frage, die ich mit in den Ring schmeißen möchte, weil das waren schon wieder so schöne, kennst du das, wenn du so das Gefühl hast, jemand findet so schöne Endworte in so einem Gespräch? Ja, und du kannst es direkt wieder, ähm, verpacken und in das nächste, ja, es ist harmoniert, harmoniert. Aber du hast gerade so ein schönes, du hast so schöne Endworte, äh, gewählt, wo man sagen kann, so jetzt, so langsam könnte man sich dahin, äh, bewegen. Und das ist immer, das finde ich immer das Schöne am Podcast, wenn man den einfach mal laufen lässt, das entwickelt sich alles von alleine. Ja, das ist super, ohne Skript, ohne alles, ja. Nichtsdestotrotz würde ich dir jetzt noch eine schöne Frage stellen wollen, die ich persönlich sehr schön finde, ohne mich selber zu loben, weil es mir gerade in den Kopf gekommen ist, ich nicht mehr mich sehr darüber freue. Ja. Was würdest du dir für die Simracing-Community in den nächsten Jahren wünschen? Nicht für dich, sondern für die Community. Für die Community, ich glaube, wir haben momentan schon sehr, sehr viel, äh, wo man stolz drauf sein kann, wo man schon zufrieden mit sein kann, wo man glücklich mit sein kann, also wie sich alles entwickelt im Simracing, sag ich, ähm, was jetzt in den nächsten Jahren kommt, weiß ich nicht. Nur am Ende des Tages geht es eigentlich immer um, um Spaß, so, ne, also deswegen machen wir das Ganze hier, die Leute gucken sich an, weil sie Spaß haben, weil sie setzen sich mal hin, um Spaß zu haben, ne, und ich glaube, das sollte man, das sollte man nie verlieren, so, ob das jetzt in ACC, in iRacing oder was weiß ich, das ist am Ende des Tages eigentlich egal, so, ne, also bei mir gibt es halt nur, oder was heißt nur, aber größtenteils ACC, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich will eigentlich in Zukunft mal wieder mehr Variant so bringen von meinem Content her und so, aber ich, ich sehe das einfach so, klar, es entwickelt sich alles weiter, es wird alles immer realistischer, in Anführungsstrichen und so, am Ende des Tages nicht den Spaß verlieren, ich glaube, da ist uns allen, das ist, sollten wir uns alle irgendwie erzielen, im Moment so ist, dann ist es so, ist auch keine Schande, ne, es gibt welche, die fangen mit Simracing an, in einem halben Jahr hören sie wieder auf, das ist nichts für mich, aber, ja, vom Grunde her, was wird denn in den nächsten Jahren passieren, was, was, was könnte man der Community wünschen, dass, äh, ja, was könnte man der Community wünschen, ich wünsche der Community einfach, dass sie nach wie vor einfach das genießt, bei mir natürlich, wäre es natürlich am schönsten, ähm, dass ich, dass ich, dass ich das, dass ich das erfüllen kann, dass ich das erfüllen kann, sagen wir es so, äh, ich will das, ich, ich mach mir auch immer Gedanken, was will die Community sehen, so, ne, und wie, ähm, ich will mich identifizieren mit der Community, ich find das einfach ultra geil, wenn du merkst, ey, die Leute feiern das, wie du's machst und so, und das ist ja auch immer so ein offener Austausch irgendwie, ne, und man sieht's ja auch, ähm, wohin sich das entwickelt, ich find's einfach geil, äh, wenn man, wenn das so eine gemeinsame Reise ist, jede Reise endet irgendwann, kann man jetzt auch sagen, klar, aber, ähm, ich will dafür sorgen, unter anderem, es gibt da draußen natürlich auch einige, viele andere Leute, die dafür sorgen, ähm, aber ich persönlich setz mich immer auf die, aufs Schild, so, auf die Fahne, so, ich will dafür sorgen, dass man eine geile Zeit hat, ne, dass die Leute sich hinsetzen, den Kopf ausschalten können, ne, manchmal auch Abstand nehmen können, vielleicht von, äh, von, von generell unangenehmen Sachen und das Simracing einfach eine geile Sache ist, um, um abzuschalten, um Spaß zu haben, um, äh, selbst wenn es nur, ähm, zuschauen ist bei irgendjemanden, ne, dass einfach der Spaß da ist und, ich glaub, das ist mir so am wichtigsten, so, auch für mich persönlich, ich will den Spaß nicht verlieren, da muss man manchmal auch für Sorgen selber, muss man sagen, okay, jetzt ist hier mal Schluss mit und, keine Ahnung, ACC als Beispiel macht überhaupt keinen Spaß mehr, ich mach was komplett anderes, weil sonst kann ich euch den Spaß nicht transportieren, so, so, und, wie gesagt, es ist, äh, es ist auch keine Schande, wenn's nicht so ist. Das ist schön. Ich würde noch was mit in den Ring werfen und das abrunden. Schmeiß mal. Ich würde mir wirklich sehr wünschen für die Community, dass wir, ähm, gemeinsam als Content Creator und auch als E-Sportler dafür sorgen, dass wir ein bisschen geschlossener und einheitlicher im E-Sports dastehen und gemeinsam noch dafür sorgen, dass wir das weiter vorantreiben. Mhm, ja. Ist, ähm, ist tatsächlich auch so ein Ding, es ist sehr viel immer, ähm, generell, es ist sehr viel immer vom Grundding her immer irgendwie so unterbewussten gegeneinander, ne, also viele denken das immer, ähm, keine Ahnung, der konnte, ne, also man, früher war das bei mir auch mal so, man hat sich dann dabei erwischt, dass man sich immer verglichen hat mit anderen, ne, dass man immer sagt, okay, äh, der ist viel größer, der hat viel mehr Zuschauer, weniger, was auch immer. So, und, ähm, ich glaube, das ist, äh, super wichtig, dass man, ja, dass man einfach das als große Familie irgendwie auch sieht. Klar, man muss nicht jeden mögen, das gehört, das gehört auch dazu, ähm, in manchen passt meine Art nicht, in manchen passt die Art nicht oder die. So, das ist auch gar kein Problem, aber dass man, ja, wie du gesagt hast, ne, das ist einfach so ein Miteinander und da kann man insgesamt ja viel mehr erreichen. Gerade jetzt zum Beispiel auch mit so einem Podcast, so, das gibt ja auch immer seinen Teil dazu bei, dass die Leute das bei dir sehen, ähm, durch, durch mich werden auf dich mehr Leute aufmerksam, durch dich werden auf mich, äh, Leute mehr aufmerksam, so ein Geben und Nehmen einfach, so, ne, und, ja, da kann jeder seinen Teil dazu beitragen am Ende des Tages, ne. Sollten wir auch. Ja, profitieren tun wir am Ende des Tages halt alle davon. Ja. Das ist halt das Ding, ähm, und wenn Simracing weiter wächst, ähm, und sich immer mehr Möglichkeiten ergeben, so, dann ist es für alle gut, für, äh, Unternehmen da draußen, die neue Ideen haben, für, für uns, ähm, was weiß ich, wir kriegen neue Simulationen, die wir uns vielleicht schon immer gewünscht haben, die perfekt sind vielleicht irgendwann, ja, und können einfach geile Sachen, äh, kreieren, sagen wir mal, das ist ja unser Kerngeschäft. Das stimmt, ja. Eine Kleinigkeit für dich, der Gast schließt immer die Podcast-Folge ab. Ja. Also. Du willst, du willst jetzt was, äh, Wunderbares von mir hören. Nee, 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 ich geb dir jetzt den, pass auf, ich hab am Anfang immer, und deswegen mach ich das auch immer im Podcast, ich hab am Anfang Niklas Huben einfach gesagt, so, du machst jetzt die, äh, die Folge zu. Und der war damit so überwältigt, dass ich dir das jetzt schon mal, weil wir uns so langsam mehr gegen Ende bewegen, dass du dir ein paar Gedanken machen kannst, wem du vielleicht Danke sagen möchtest, oder wen du grüßen möchtest, etc., pp., ne? Ja, ja. Dass du darauf schon mal vorbereitet bist. Ach so, ja, überwältigt bin ich ja sowieso, beziehungsweise, ja, weil einem so viele Dinge im Kopf rumschwirren, ist es manchmal schwierig, dann die Sachen sich rauszupicken, irgendwie, die man wirklich sagen will. Man redet dann manchmal sehr viel, man will, man will eigentlich, äh, man will was sagen, aber man, man kann es irgendwie nicht sagen. Ja. So, weil, weil man so, weil der Kopf zu viel, irgendwie gerade, ja, ja, das ist wirklich so. Und weißt du, was das Gute daran ist? Was denn? Man sieht sich in der nächsten Folge und dann kann man das nachholen. Das ist auch sehr, sehr geil. Weil immer schön offene Fragen stehen lassen und dann, wenn man wirklich was einfällt, dann könnte man sich das theoretisch aufschreiben, du jetzt natürlich nicht, aber, ne? Kleiner Seitenhieb, aber dann kann man sich nochmal treffen und schnackt nochmal so. Ich lasse, ich lasse aufschreiben. Also mach mal. Ich lasse aufschreiben. An alle bitte können sie, ähm, aufschreiben, dass Mavix in der zweiten Folge gewisse Dinge noch wieder behält. Dankeschön. In die Kommentare. In die Kommentare, ja. Wir haben übrigens, äh, seit der Folge mit Tim Heinemann ein kleines Minispiel, äh, an den Start gebracht. Und das Minispiel ist, äh, folgendermaßen aufgebaut. Nils Laujux hatte damals 160 Kommentare unter seinem Podcast. Ähm, Tim Heinemann hat 164 gesagt. Noah Eder in der letzten Folge 203. Denkst du, dass du 203 Kommentare unter dieser Podcast-Folge schlagen wirst? 203 Kommentare? Noah hat sich 203 Kommentare gewünscht. Ja. Es ist noch nicht ganz eingetreten, aber in der Theorie könntest du Noah jetzt, wenn du, wenn du höher reingehst und das schaffst, dann kannst du ihn vom Thron verstoßen. Aktuell ist immer noch Tim drauf. Ja. Und wenn ich, äh, was Höheres sage und es kommt nichts Höheres, dann hab ich mich ja blamiert. Dann hast du dich nicht blamiert, dann hast du einfach nur den zweiten Platz gemacht. Okay. Blamieren kann man sich hier nicht, das ist ja ein Minigame. Ja, ja, aber man muss, man muss ja hohe Ziele im Leben haben und da, das wird, das wäre jetzt, ich hab ja gesagt, ich bin ehrgeizig und das, äh, das müssen wir dann natürlich, wenn ich schon mal hier bin, dann müssen wir das auch, man muss es mitnehmen. Okay. Man muss, man muss es mitnehmen, deswegen sag ich jetzt. Warte, bevor du das machst, ich würde, weil du, du bist ja so motiviert jetzt gerade. Ja, ich bin motiviert, du, das ist ja, es kribbelt. Es kribbelt, dann gebe ich dir jetzt den Mount Everest, 269 Kommentare, aber das war nicht angekündigt und der Tim Heinemann. 269. 200, nee, Entschuldigung, 296. Also das wäre wirklich der Mount Everest, das war aber nicht angekündigt. 296 Kommentare. Das ist jetzt meine, meine Range, die ich hier erreichen muss. Also in der Theorie ist die Range 203, das ist das Höchste, was Noah bis dato gesagt hat, was er erreichen möchte. Er ist auch wirklich auf einem ganz strammen Weg dahin, dass er das schaffen könnte. Ja. Also wenn du wirklich auf dem Thron willst, dann wäre es das, aber wenn du auf dem Mount Everest möchtest und zwei Zentimeter höher, dann müsstest du 296 schlagen. Da musst du aber einen Timestep am besten irgendwo einführen, damit die Leute das direkt hören, was hier Sache ist, weil du kennst das ja mit der, weißt du, wie ist die Watchtime bei so einem Podcast bei dir? Bis zum Ende, wirklich gnadenlos. Ja, ist das so? Ja. Krass. Und deswegen, pass ja auf, da kommt ja noch das nächste, wir machen ja jetzt das Minigame da draußen, mit der Zahl, die du jetzt sagst, müssen die Kommentare geschrieben werden. Ja gut, dann machen wir das mit dem Mount Everest. Das machen wir, das nehmen wir uns als Ziel. Was sagst du denn? 300? Du hast ja gesagt, 296 ist der Mount Everest. Das ist der Mount Everest, ja. Und wie kommst du zu der Zahl? Das sind die, das sind die, also das ist die Zahl, die Tim hat unter seinem Podcast. 296 Kommentare wurden dort geschrieben, unter dem Video. Ja, okay. Da muss ich mir eine Zahl überlegen, die über 296 ist. Also dann zwangsläufig sind wir dann ja schon über 300. Was schon eine krasse, was schon eine krasse Zahl ist. 300 Kommentare ist schon eine Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Aber damit wirst du, wenn du das, Entschuldigung, dass ich unterbringe, bist du einfach Hall of Famer, Alter. Ja, aber das Ding ist ja, wenn man es nicht probiert, dann wird man es niemals herausfinden. Weißt du? Und deswegen müssen wir das ja, wir müssen das jetzt tun. Und ich glaube an die Community, ich glaube, ich glaube schon, dass das eine sehr coole Geschichte ist. Deswegen sage ich, wir knacken die, wir knacken die 311. Ja, wir knacken die 311. Das ist nicht viel höher, aber die 311, die knacken wir. Das ist richtig viel. Das muss so sein. Das ist richtig viel. Okay. Ja doch. Also, ihr wisst ja da draußen, wie das Spiel läuft. Für die Leute, die eventuell, also die regelmäßig Podcast gucken, für die Menschen, die eventuell neu sind und bis hier hinten geguckt haben, wir bauen immer so witzige Sätze, damit das auch ein bisschen Humor hat. Beispielsweise, letzte Nacht bin ich aus Versehen 311 kmh auf der Autobahn gefahren. Oder ich habe schon 311 Rennen bei Mabix gesehen. Also verparkt die 311 ein bisschen, ja, schön und knallt das nicht einfach nur so als 311 rein, weil das wird bestimmt irgendwann mal eine Special-Folge, wo wir Kommentare vorlesen, denn die sind wirklich gigantisch, die dort immer stehen. Das ist sehr, sehr cool. Kann die Community auch noch mal ein bisschen ihre Kreativität unter Beweis stellen? Ja, das kann ich auch wirklich jedem da draußen immer nur mal empfehlen, in den älteren Folgen mal so ein bisschen durchzulesen, wo die Zahl drin ist. Es ist Zucker, wirklich. Sehr gut. Ja. 311. Dann haben wir, du bist wahnsinnig. Ja, wir müssen ja, über 300 müssen wir sowieso, ne? Und dann habe ich gedacht so, okay, die Elf, die Elf, die begleitet mich schon auch so ein bisschen durch mein Leben. Ja. Ich bin ein Novemberkind, ich bin Porsche, Elfer, Fanatiker, so, weiß ich nicht. Die Elf, die ist präsent in meinem Leben. Deswegen sagen wir die 311. So, jetzt aber mal wirklich eine Gegenfrage. Wir reflektieren ja heute auch beide immer so ein bisschen, währenddessen wir sprechen. Ja. Wer zum Kuckuck soll in dem Podcast, soll das noch mal schaffen? Wer soll dich denn von der Hall of Fame da runter? Ja, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist ja für dich auch die Challenge. Da musst du dir Gedanken machen, wie du das auch noch mal toppen kannst. Ach so, okay. Ja, ja. Ah, okay, okay. Also, wir müssen die Messlatte immer höher legen. Ich akzeptiere deine Herausforderung, Mavix, denn ich habe auch ein bisschen Ehrgeiz. Vielleicht nicht so viel auf der Rennstrecke wie du, aber ich akzeptiere. Ja, dafür beim Thema Kommentare. Beim Thema, ja. Kommentare, ja. Da sind wir dabei. Aber ich lasse mir was einfallen, das kriege ich schon noch hin. Sehr schön. Fantastisch. Aber geile Sache, coole Sache auf jeden Fall, ja. Ey, vielleicht schlägst du dich auch einfach selber, wenn wir noch mal hier sitzen. Vielleicht ist das ja auch irgendwann so. Vielleicht hast du irgendwie so ein Special-Thema, was noch in uns schlummert. Ja. Was wir auch noch mal auseinandernehmen können. Oh, da gibt es so viel. Themen gibt es ohne Ende. Wollte ich gerade sagen, Themen gibt es ohne Ende, ja. Mavix, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir das heute hier machen konnten. Das waren fantastische, naja, für euch da draußen weniger Stunden, für uns ein paar mehr Stunden. Es hat mich gefreut, dich mal hinter der Kamera zu sprechen, weil das Vergnügen hatten wir beide, hatten wir schon mal, aber nicht in dieser Form so offen und frei weg von der Schnauze mit ein bisschen Käffchen und Wässerchen. Das hat mich sehr gefreut und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir noch mal was finden oder vielleicht auch irgendwas in den Kommentaren drin steht, dass wir uns noch mal zusammensetzen und sprechen. Ich wünsche dir persönlich alles Gute auf deiner Reise. Ich bin ein persönlicher, leiser, großer Fan von dem, was du machst und muss sagen, dass die Entwicklung, die du die letzten Jahre hingelegt hast, wirklich fantastisch war. Und ich mich übrigens immer noch freuen würde über ein paar Polzetterhandschuhe irgendwann mal, damit ich die mal anziehen kann, weil meine sind kaputt. Ich kann dir sagen, die nächste Lieferung, ich habe ja gesagt, da kommt bald ein bisschen was, aber das dauert wahrscheinlich noch so ein, zwei Monate wahrscheinlich. Ja, das ist kein Problem, da kann man drauf warten. Da kommen auch noch ein paar Söckchen, die du auch noch bekommst. Söckchen auch? Geil, alles. Fährst du mit Socken oder mit Schuhen? Dann fährst du mit Schuhen. Ich bin Schuhfahrer, aber das ist kein Problem. Aber die Socken kannst du auch mit Schuhen tragen. Du, aber wenn ich ganz ehrlich, würde ich Werbung für machen. Auch ohne, würde ich dir, würde ich dir gönnen. Weiß ich sehr zu schätzen. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich danke dir auf jeden Fall. Auch für die netten Worte generell. Also kann ich nur absolut zurückgeben. Ich finde das Format hier sehr, sehr geil und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier einfach mal, einfach mal ohne mehr oder weniger drüber nachzudenken, drüber reden. Sagen wir mal so ein bisschen der Community, so ein bisschen das Herz zu öffnen gerade und einfach mal drauf losreden, was so in meinem Leben, wie sich alles entwickelt hat und so. Es ist auch ein schönes Gefühl, den Leuten mal so diese Einblicke irgendwie zu geben und dadurch lernt ihr uns besser kennen und so. Und das ist eine coole Sache auf jeden Fall, ja. Eine Hand wäscht die andere, hier. Und zwei das Gesicht, sagt man immer so schön. Das ist ein sehr wichtiges und schönes Credo. Und ich glaube, ich glaube, du als auch ich, währenddessen wir hier so sitzen, vielleicht schreiben wir uns das mal alle auf die Brust und setzen das die nächsten Jahre durch und machen mal, machen mal was draus. Das wäre geil. Wenn irgendwelche Ideen da sind und so und da bist du wahrscheinlich von deinem Ideenreichtum jetzt gerade, was das so angeht, da sprudelst du wahrscheinlich vor Ideen. Wenn du da irgendwas hast, dann du, hau immer raus. Ah ja. Hau immer raus. Und wenn ich irgendwie was habe in irgendeiner Form, du, dann weiß ich ja, wo ich mich zu melden habe. Klar. Ich sage auf jeden Fall auf Wiedersehen. Danke schön, dass ihr alle bis hier zum Ende geguckt habt. Und ich würde dir, Mabix, jetzt den roten Teppich ausrollen und du darfst drüber schreiten und die Folge beenden. Du, das ist sehr, das ist ein, wie sagt man so schön, eine Ehre ist es mir, diese schöne Folge, muss ich wirklich sagen, zu beenden. Du, ich kann einfach nochmal beim Thema, ja, Dankbarkeit einfach nochmal kurz anknüpfen. Ich bin unfassbar dankbar für das, was alles geschehen ist in den letzten Jahren und wie es sich entwickelt hat. Es ist alles nicht selbstverständlich und ich bin euch allen unfassbar dankbar, die mir regelmäßig zuschauen, die aber auch mir geholfen haben, mir privat geholfen haben mit gewissen Dingen, was auch immer, was da alles vorgefallen ist. Diejenigen, die wissen, die fühlen sich schon angesprochen. Deswegen, da bin ich, da bin ich unfassbar dankbar für, ja, dass ich das hier so machen darf und machen kann und euch, ja, hoffentlich einfach eine schöne Zeit in Zukunft noch bescheren kann. Und wie gesagt, da wird noch einiges kommen. Ich mache mir Gedanken, ich will immer 100% geben und ich will einfach eine geile gemeinsame Zeit mit anderen Content Creators, mit euch allen in der Community haben. Ich glaube, das ist super wichtig und das ist mein großes Ziel und da wünsche ich uns allen alles Gute bei und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für die wunderbare Zeit, die wir bisher hatten und die wir auch noch haben werden. Vielen herzlichen Dank.